Ich hab jetzt schon auf Go geklickt. Soll ich nochmal zurückklicken? Verdammte Scheiße, siehst du heute schon wieder gut aus. Was hast du mir damit gut aussehen? Ich seh voll aus, als ob ich von irgendeinem LKW überfahren worden bin. Aber ist okay. Wie geht's dir? Kommst du damit nicht klar, wenn man dir Komplimente macht? Nein. Nein, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich mag auch meinen Geburtstag und Weihnachten nicht. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Das ist korrekt. Also, hä? Sag mal. Ja, mir geht's gut. Also, danke der Nachfrage. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich hab Probleme, dich zu pegeln gerade. Okay. Soll ich leiser, lauter? Nee, nee, alles gut. Ich hab Probleme, weil du zwischendurch sehr laut redest. Ach so, Entschuldigung. Das sollte eigentlich der Kompressor regeln. Äh, ja, sollte er eigentlich. Sollte er eigentlich. Ja, aber manchmal ist man halt einfach laut, ne? Das stimmt. Weißt du, was ein Update gekriegt hat, seitdem wir das letzte Mal darüber geredet haben? Du kommst nicht drauf. Ich sag's einfach direkt, die Epoch Cam. Ähm, es sieht so aus, als ob die ... Ohne Scheiß jetzt. Ohne Witz, es gibt ... Also, ich kann sie jetzt nicht connecten, weil ich nicht auf die richtige Szene schalte, aber wenn man auf die Epoch Cam benutzt, hat die jetzt auch so eine Hintergrundunschärfe, wie man das aus Teams, Skype und hier auch aus dem Nvidia Broadcast kennt. Und es sieht so aus, weil da oben auch so ein Zeichen von Snapchat eingebildet ist. Wenn ich die Zeichen richtig deute, könnte das bedeuten, dass irgendwann mal in der zukünftigen Version Snapchat-Filter bei der Epoch Cam mit drin sind. Das wär schon cool. Fühl ich, fühl ich, fühl ich. Also, nicht für alle von uns. Manche Streamer werden sich dann auch nur denken so, oh Gott. Aber ja. Gutes Entertainment-Mittel. Schon, ne? Ja. Schon. Wie sieht's ... Also, ich muss ja gleich mal fragen. Ja. Bist du Montag reingedivt? Prime Day? Ich hab ein Bügeleisen gekauft und eine Zugentlastung. Also so eine Ringstelle, die ich heute angebracht habe. Die ist heute nämlich schon angekommen. Ich hab jetzt bei dem Kabelschlauch, der hinten aus meinem Computer rauskommt, mit den ganzen Kabeln. Ja. Also, die Kabel kommen raus und dann geht der in den Schlauch rein. Ja, ja, ja. Den hab ich jetzt auf dem ... Du weißt es, du magst es nicht, aber mein Computer steht auf so einem Regal, ne? Auf so einem Podest neben meinem PC. Ja. Neben meinem Tisch hier. Und da hab ich diese Ringstelle angebracht, damit die Kabel, die ja als Masse als solches sehr viel Zug auf dann ein Kabel oder zwei, drei Kabel auslönen, das ist jetzt weg. Das ist jetzt tippitoppi. Das ist echt gut. Das wird immer besser. Aber vielleicht hast du da auch einen kleinen Einfluss drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, Alex, ich ... Also, ich habe mittlerweile verstanden, weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe, warum dein PC höher steht. Ich verstehe es und finde es gut. Okay. Ja. Okay, warte. Heute geht's los. Gut. Gerold Steiner, melde dich. Es ist so schade, dass Gerold Steiner sich noch nicht gemeldet hat. Nee, ehrlich. Ich habe nichts gekauft übrigens beim Prime Day. Gar nichts. Ich wollte mir erst meinen Beamer kaufen, aber ... Also, meinen Beamer und dann ... Ach. Habe ich es doch nicht getan. Hast du ein bestimmtes Gerät im Auge oder eine bestimmte Funktion? Äh, ja. Ich bin bei Beamern so komplett raus. Ich weiß, was ein Beamer macht, aber ich habe keinen. Ja, ich habe hier so einen ... Wie sagt man denn? So einen Close-Distance Beamer habe ich mir heute sucht. Ja. Kannst du 30 Zentimeter von der Wand stellen und dann hast du 100 Zoll an der Wand. Das ist cool. Ja. Vor allen Dingen, weil du ja dann auch quasi nicht den Beamer ... Ich habe das mal bei einem Kumpel gehabt, der hat seinen Beamer oben über sich quasi über der Decke hängen gehabt und der Raum war jetzt auch nicht so riesig groß und er hat das Bild an die Wand geworfen. Soweit alles cool. Aber das Gerät war halt echt laut. Du hast halt die ganze Zeit über dir so, als wenn du so einen Fliegenschwarm so ... So einen Lüfter gehört. Und das hat mich echt abgefuckt. Ich meine, klar, du kannst jetzt große Boxen benutzen und dann ballerst du da Sound raus. Okay, aber du hast trotzdem über dir die ganze Zeit diesen Beamer, ne? Ja. Also ich sitze so weit davon weg, ich glaube, ich höre es nicht. Dann. Also ich habe ihn noch nicht gekauft. Nee, das meine ich ja. Wenn der jetzt dann nur 30 Zentimeter von der Wand wegsteht, also nochmal so anderthalb, zwei Meter vor dir, je nachdem, wo du halt sitzt, dann ist das ja eigentlich eine Win-Win, ne? Ja. Also ich sitze fünf Meter davon weg ungefähr. Aber ist bei einem Beamer 100 Zoll viel oder geht es da gerade erst los? Also du kannst auch 120 Zoll nehmen, aber ich finde halt schon 2,50 Meter Diagonale ist schon, also, schon sportlich. Also auf jeden Fall sportlich. Und weil das gerade bei mir im Chat steht, ich glaube, man braucht keine spezielle Leinwand, man kann einfach die weiße Wand nehmen. Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal aus. Ich finde es gut, dass du das gesagt hast, weil die Szenen der Asten, die werden jetzt wahrscheinlich direkt einmal einen Rückwärtspur zu blau machen. Das hat er nicht gesagt. Ich probiere einfach mal aus. Mal gucken, wie es ist. Also meine Wand ist halt weiß. Das wird schon irgendwie gehen, denke ich. Irgendwie, ja. Ich fand das witzig. Über zwei Ecken Bekannter von mir, den habe ich in seiner Studentenbude besucht und der hatte damals eine Xbox, daran angeschlossenen Beamer. Und der hat halt an seine komplette Wand einfach nur das Spiel geworfen. Und ich habe halt gesagt, bist du blöd? Du kannst doch nicht darauf spielen. Und dann hat er das ein Spiel angemacht, so Mortal Kombat oder sowas. Und ich muss zugeben, das hatte was, dass das so übernimmensional groß war. Für mich wäre das jetzt nichts als, ja, als Qualitätskonnoisseur würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber so als jemand, der auch auf so gestochen Schafe, weißt du? Nein, also Monitor vor mir, du siehst, was du hast und da ist nicht was im Weg oder so, weißt du? Aber das hatte schon was, keine Frage. Qualitätskonnoisseur hat mir gefallen. Ja, ne? Das hat mir sehr gut gefallen. Äh, schön. Wie war die Woche sonst so? Was macht der Schreibtisch? Der, ja, ich bin hier immer so ein bisschen am Rumstricken, ein paar Kleinigkeiten ändern, dies, das, so, ne? Der Chat ist manchmal mit dabei, manchmal habe ich das Offscreen. Also ich habe gerade Spaß daran, das so ein bisschen weiter zu optimieren. So, ne? Vor ein paar Tagen habe ich noch die letzten Stromkabel noch mit so einem, mit einem vorhandenen, nicht neu gekauften. Ich wollte erst noch so eine Schleppkette kaufen, so wie bei diesen 3D-Druckern. Da laufen die Datenkabel ja auch oben durch so eine Schleppkette, damit die nicht im Weg sind. Und einen vorgegebenen, äh, ne? Ähm, aber dann habe ich gedacht so, ha, Schleppkette neu kaufen, die meisten haben dann keine, also die kannst du nicht aufmachen. Da kannst du halt nur dünne Datenkabel durchziehen, aber nicht irgendwie so einen dicken, fetten Stecker. Und andere, die haben dann halt so einen öffnen Mechanismus, habe ich auch gesehen. Aber, äh, ne, ich habe dann noch so ein vorhandenes Ding genommen, habe das hier eingebaut. Nichts Kompliziertes, nichts Aufwendiges oder so. Also ich habe jetzt keine großartigen Änderungen gemacht. Aber vielleicht, eventuell, vielleicht hatte ich, warte mal eben kurz. Ja, ich warte. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was jetzt, okay. Weißt du eigentlich, dass bei Notebooks billiger werden, äh, Grafikkarten auch ab und zu zum, äh, zum Originalpreis gedroppt, so? Hast du dir eine 3090 gekauft? Ja, ich versuche seit ein paar Wochen, äh, seit zwei Monaten versuche ich bei diesem Händler, der, der einzige ist, der in Deutschland, äh, von Nvidia die, äh, Karten zum Originalpreis, äh, verkauft, versuche ich eine 3080 noch eine zweite zu kriegen. So, und das hat nie geklappt. Ich war im Warenkorb, ich, die Webseite war überlastet, es ist während dem Warenkorb oder beim Bestellen abgebrochen, so, die Leute, die das ausprobiert haben, die wissen, wovon ich spreche, ne? Ja, und jetzt, und auf einmal ploppte die 3090 auf, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, es gibt so Discords, auf denen man, ähm, dann benachrichtigt wird und so, da gibt's auch mehrere. Mein Discord, auf dem ich bin, ist übrigens closed, also, äh, man kann sich bei, ähm, Part, wie heißt der nochmal, äh, Part Alert heißt der, ähm, kann, kann man keine neuen Mitglieder aufnehmen. Ähm, das Ding ploppt auf, die Nachricht ist zwei Minuten alt, ich denk so, naja, okay, zwei Minuten, das ist eh zu spät, klicke drauf, Webseite geht auf, klicke in den Warenkorb, im Warenkorb, ich klicke auf Bezahlen, also, ich klicke auf Einloggen, Bezahlen, ich denk so, spätestens jetzt gibt's ein Timeout, Bezahlung durch. Und ich denk so, okay, cool, du hast gerade für 1500 Euro ne Grafikkarte gekauft. Ich werde die benutzen, ich werd sie nicht zu nem höheren Preis verkaufen. Thema Stream-PC steht jetzt wieder im Raum, nicht mit der Grafikkarte, aber, ne? Was hast du denn jetzt aktuell drin, 3080? Bei mir ist ne 3080 drin, die hab ich von nem anderen Streamer gekauft, der hat sie mir auch zum USV, äh, zum, zum UVP, ähm, weiterverkauft. Äh, also, ich hatte bei der Grafikkarten, ähm, Knappheit hab ich echt Schwein gehabt und ich weiß das wirklich zu schätzen, also, ich bin da nicht undankbar und diese Karten werden auch nicht zu überteuerten Preisen verkauft. Nice! Glückwunsch, schön, freut mich. Danke, danke. Nicht schlecht, Herr Specht. 30,90 gesnackt, du. Für 1,5. Schnapperle. Das Krasse ist ja, dass es Leute gibt, die haben für, die bezahlen dann halt für ne, für ne, also, die Preise gehen ja aktuell bei den Grafikkarten wieder ein bisschen runter. Ja. Ähm, es scheint ne höhere Verfügbarkeit zu geben von, ähm, von, von neuen Modellen und das bedeutet, dass man halt für die Älteren nicht mehr so viel bezahlt. Aber es gibt halt immer noch bei Ebay Verkäufe von ner 2080 Ti für bis zu 1200 Euro. Ich hab sogar noch eine gesehen für 1300 Euro. Und das muss jetzt aufhören, dass, wenn du jetzt noch ne alte Karte hast und du willst sie loswerden, ja, dann Vollgas, ne, lange bezahlen die Leute das halt nicht mehr, ne. Aber, ähm, also ich würde auch die Kretze kriegen, wenn jetzt, wenn ich, wenn ich sehe, dass Leute halt ne 3080, 3070 kaufen, um sie dann nur mit Gewinnabsicht sofort weiter zu verkaufen. Also sie machen halt so ein Mini-Scalper, ne, einmal kaufen und Vollgas. Find ich nicht gut. Ja, ich weiß, man kann da zwei verschiedene Ansichten haben. Die erste ist die wirtschaftliche, dass man sagt so, hey, ich bin an die Karte gekommen, also nehm ich den marktüblichen Preis und verkaufe sie. Oder du kannst halt sagen, pass auf, die Marktsituation ist scheiße, keiner mag das. Ich hab eine übrig oder ich hab eine gekauft, dann verkaufe ich die halt zu dem gleichen Kurs an einen Kumpel weiter. Das, it's up to you, ne. Da möchte ich mich auch nicht einmischen. Aber ich möcht's halt nicht machen. Ich hab meine alte Grafikkarte verschenkt. Das war auch nicht so intelligent. Hehehehe. Na ja. Es ist, wie es ist. Verstehst du? Es ist, wie es ist. Was gab's bei dir dieses Woche? Äh, Rennfahren, 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 bisschen ETS, quatschen, Autobahn fahren, Stau stehen, Landstraße fahren, also nicht viel. Ich hab jetzt so computertechnisch nicht wirklich was gemacht. Ehrlich gesagt. Tisch, oh, Tischtennis. Ich hab das mit Twitter gesehen, ne. Da war ein Schläger von dir zu sehen und hast gesagt, ich werd das neue Ding hier erstmal einweihen. Irgendwie sowas hab ich gelesen von dir. Ja, ich hab draußen entdeckt und ich hab ja, also meine Wohnsituation ist ja ziemlich cool, weil meine Vermieter wohnen neben mir und die sind super drauf und meine Nachbarn sind cool und ich spiele mit meinen Nachbarn jetzt immer Tischtennis. Und, äh, ja, jetzt spielen wir in regelmäßigen Abständen Tischtennis und, äh, das fetzt, das macht Spaß. Merkst du schon, dass du besser wirst? Ich war geil, ich war noch nie schlecht. Ich hab in meiner Kindheit so viel Tischtennis gespielt, also... Ich bin mit meinem Kumpel früher immer zur, äh, Grundschule gefahren, da war auch so eine Turnhalle so weit bei und daneben standen zwei so diese, diese, diese Marmortischtennisplatten. Kennt man halt, ne? Oder Stein, keine Ahnung was, ne? Ja, da haben wir früher auch ein paar mal gezockt, aber... Ja. Ja, wir haben früher sehr viel Tischtennis gespielt, im, äh, im Schülerclub damals noch und, äh, draußen auf der Marmortplatte auch, ja. Sehr cool. Ich weiß noch, dass ein Cousin von mir, ähm, seine Family hatte so eine Tischtennisplatte, immer wenn wir da waren, haben die die aufgebaut und haben damit gespielt, so, ne? War schon cool, aber man merkt halt schon, wenn Leute öfter und länger Zugriff drauf haben als man selber, ne? Ja, das merkt man, aber das ist ja hier nicht der Fall. Hier wird hart reingeschwitzt jetzt beim Tischtennis. Verstehe, verstehe. Ja, hier geht's richtig abwärts. Und immer alle, die zu Besuch kommen, wollen auch Tischtennis spielen. Ich glaube, es wird jetzt so ein Ding. Das, das wird ein Ding. Es wird die Olympische Meisterschaft hier. Ja, aber ansonsten ist nicht viel passiert. Also, ich hab mir nisch gekauft im Prime Day. Ich hab irgendwie, ich hab mir jetzt mal, ich hatte so ein, ich hatte so ein, ich hatte ein Warmkorps, Warmkorps zusammen, äh, da war eine Menge drinnen. Also, äh, Beamer und ein bisschen, äh, äh, Partymusik dazu, nochmal eine neue Kamera, aber ich hab dann nicht abgedrückt. Ich hab dann, ich hab mich dann, äh, darauf berufen zu sagen, ich mach erstmal ganz kurz, äh, für, für einen Moment ein bisschen weniger. Und, äh, verstehe ich. Ja. Weil ich hab jetzt, äh, die letzten paar, äh, Monate, seitdem ich hier wohne, schon wieder ganz schön viel ins Büro reingejuckelt. Da hab ich mir gesagt, naja, kaufst du mal lieber einen Sessel oder so. Ich find das, ich find das auch krass. Also, Prime Day, ähm, immer mehr Leute sagen ja jedes Jahr, der lohnt sich gar nicht mehr, ne? Die hauen nur so alte Sachen raus, die man eh nicht braucht. Und so die Hausmarken von Amazon werden da irgendwie bedient, die sind halt super günstig und so weiter. Und das stimmt alles. Ähm, aber es gibt trotzdem eine Menge, ähm, Produktgruppen, bei denen man genug sparen kann. Ich hab vorhin, was hab ich vorhin gesehen? Äh, Uncle Benz Reis, so Fertigreistüten oder sowas. So größere, also größere Gebinde, ne, irgendwie. So, äh, solche Sachen oder auch so, 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 ähm, Gebrauchsmaterial aus dem Bürobereich oder sowas, ne? Oder Essen allgemein, solche Sachen, ne? Oder was war das letztes Jahr? Letztes Jahr hab ich irgendwie so einen Artikel gelesen, da ging's darum so, ja, wir packen dann, vor dem Prime Day machen wir uns schon mal so Einkaufslisten mit so Sachen wie Zahnbürstenköpfe und so ein Kram, weil die sind auch immer reduziert. Und die kaufst du ja sowieso. Also kannst du sie auch in größeren Stückzahlen halt einmal beim Prime Day kaufen, so, ne? Hab ich ehrlich gesagt dieses Jahr verpasst? Verdammt. Aber, also, Zahnbürstenköpfe, ich hab sogar noch welche. Ich hab immer noch meinen allerersten von der Zahnbürste. Ich müsste den mal tauschen. Bist du sowieso der manuelle Putzer oder Elektrik? Elektrik. Ja, die würde ich, die würde ich, die würde ich nicht länger als zwei Monate benutzen. Also, die meisten, also, ich glaube, wenn man es ernst macht, dann wechselt man die alle zwei Wochen so, ne? Ja, fast. Oder hab ich letztes Jahr gekauft, glaub ich. Ne, dieses Jahr, Anfang dieses Jahres. Okay, also entweder, entweder putzt du dir quasi nie die Zähne, oder, oder das Ding ist schon rund wie ne Nudel. Das ist rund wie ne Nudel, das Ding. Danke an euch. Das ist runder als ne Nudel, das Ding. Ja, ich bin da immer so, weißt du, ach, hm. Ja, moin, zusammen. Ich sag mal so, man fegt sich das Maul aus, das stinkt nicht, äh, es sieht gut aus, also läuft das noch. Ich verstehe. Ja, solange wie es geht. Also, easy peasy. Ich verstehe. Was haben wir denn diese Woche für ein Thema überhaupt, sag mal? Oh. Diese Woche sind wir ja, also wir gehen ja auf unsere Zuschauerschaft ein, diese Woche, haben wir ja gesagt. Und, äh, wir gucken uns heute User-Setups an und reagieren auch mal so ein bisschen mehr auf den Chat, ne? Ja, wir sind ja sonst immer so, äh, ja, wir sprechen ja für uns, alleine, wir zwei, aber heute gibt's, äh, Users. Heute geht's um den, äh, um den gemeinen Zuschauer. Der gemeine Zuschauer, ja. User-Setups, ihr konntet uns, ähm, eure Setups, äh, schicken über Twitter, das haben wir ja schon mal gemacht. Hast du schon an? Das fand ich ganz witzig. Ich, ich bin, ich bin, ich hab dir den Link geschickt. Ja, dann, äh, darf ich jetzt mal rüber hier, dann, äh, seh ich das hier nämlich auch jetzt. Danke an euch alle. Äh, ja, ich wollte nur sagen, wir haben darum gebeten, schickt uns unter dem Hashtag Hardcast-Setup eure, äh, Setups, eure PCs, eure Desktops. Schreibt auch gerne ein bisschen was dazu, was, 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 was wir da genau sehen und worauf ihr Wert legt oder so. Oder halt auch nicht. Ist up to you. Und, äh, das haben einige Leute gemacht, äh, zum Beispiel. Ja. Und das, sollen wir, sollen wir direkt anfangen? Ja, komm, dive gleich rein. Okay, reingedived. Das ist mein Desktop. Hallo, grüß euch. Also gucken, ob ich irgendwelche peinlichen Sachen hier hab. Nein, hab ich nicht. Alles klar. Okay, okay, okay. Ja, sehr cool. Sollen wir, sollen wir direkt anfangen? Ja, dive rein da. Okay, wie, wie machen wir das denn dieses Mal hier? Also, Hardcast-Setup. Da mach ich mal mit, erstes Bild, meine Gaming-Ecke mit Platz, äh, für ein Racing-Rick, was die Monate kommen soll. Äh, zweite Bild ist meine Homeoffice-Ecke. Und dritte Bild ist Bela, der mir immer über die Schulter schaut beim Arbeiten. Okay. Platz fürs zukünftige. Okay, jetzt Frage an dich, Platz fürs zukünftige Rick, reicht das? Ja, mit einem Bildschirm, ja. Okay. Weil, weil, ich hab vorhin, wir haben vorhin vielleicht zufällig ein Video im Internet gesehen, wo das gleiche gemacht wurde, also auf so Setups reagiert. Und da hat jemand unter den, unter seine Treppe, äh, wo man so eine Abstellkammer sozusagen normalerweise hat, hat der, hat der quasi in diesem schrägen Platz da unten drunter, hat der so ein komplettes Setup eingebaut. Ja. Und das erinnert mich jetzt gerade von dem Platz da dran. Ja, da würde ein Rick hinpassen, denke ich auch. Doch. Das geht. Ist das der JP-Kalender da oben? Ja. Ist er. Okay, das erste, was ich sehe, ist, äh, natürlich ein, ich kann's nicht, das ist ein cooler Master-Gehäuse, meine ich. Ja, das ist ein cooler Master-Gehäuse. Ähm, den Standard-Rode-Mikrofonarm, dann das Rode-NT-USB als Mikro, äh, Ultra-Wide-Monitor, ein im Hochkant, der Hochkant-Monitor ist nicht curved, ne? Ne, der ist nicht curved. Und ein Monitor oben drüber und dann halt hier das McLaren irgendwas GT3, da bist du drin, da hab ich keine Ahnung von. Ja, das ist, äh, der ist, äh, von, von Fanatec, das McLaren-Reel. Und dahinter ist, glaub ich, ne CSL-Elite-Wheelbase. Aber schönes Soundsystem noch verbaut. Schon ein bisschen älter, glaub ich, aber nice. Ich könnte, ich könnte ja nicht mal sagen, was für ein Rick das genau, genau irgendwie so ist. Streamlack von Elgato, äh, Logitech-Maus, meine ich. Das ist, äh, das ist richtig, ja. Und hier mit ein bisschen, bisschen Klebeband an der, äh, an der, äh, Bodenabschlussleiste eben kurz das, äh, das, äh, das Kabel festgetapet. Das, äh, fühle ich übrigens sehr, weil das sieht man nachher irgendwann eh nicht mehr. Mhm. Also, alles gut? Ich hab immer, ich nehm immer so ne, ich nehm immer so ne, ich nehm immer so ne Heißklebepistole, weißt du, ich mach da so, so ein Punkt dahinter und dann drück ich das, 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 das Kabel dann an. Ist auch ne Maßnahme? Geht auch? Geht, geht auch, weil dann hast du nicht, dann hast du zwar diesen, dieser Kleber, der aushärtet, aber der, der ist so hart, den kannst du dann easy wieder mit einem Schraubendreher oder sowas irgendwie wieder abknibbeln oder so, oder einfach so abpulen. Ja, ja, ja. Und hast dann, und hast dann nicht so dieses, dieses Panzertape so drauf, ne? Das stimmt. Ja, okay. Ich mach mal weiter. Uh, ja, zurück. Wow. Äh, Bild 2 ist meine Homeoffice-Ecke. Notebook, 2 Monitore, also Monitore, äh, sind ja Massenware mittlerweile, ne? Ja, da merkt man, äh, wer mein Zuschauer ist. Also viele Monitore sind oft, kommen von mir. Okay. Es gibt auch, es gibt auch nicht zu wenige Monitore. Das predige ich ja immer. Und Monitore sind ja auch mittlerweile nicht mehr, also ein 27 Zoll Office-Panel ist ja auch nicht mehr so teuer eigentlich. Das stimmt, das stimmt. Wir haben, ich hab, ich sitze gerade vor einem, äh, 27 Zoll Monitor, 165 Hertz, äh, VA-Panel, unter 300 Euro. Zum Zocken, super. Es ist nicht, es ist sicherlich nicht der, der Top-Monitor auf dem Papier hat auch nur maximal, was waren das, äh, 250 Nits. So, also auf dem Papier ist der wirklich kein Überflieger oder sowas. Aber zum Zocken, ich spiel damit jetzt seit, 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 seit ein paar Wochen, ähm, ist der Top, ist der Top. Ja. Natürlich sind die hochwertigeren Monitore mit, mit mehr Featuren, größeren Funktionen, mit HDR, mit G-Sync oder sowas, ne, wenn man das alles haben will, ähm, dann bezahlt man für diese Funktionen. Aber ich find's gut, dass der Markt mittlerweile solche Sachen rausspuckt. Find ich echt toll. Ja. Okay, next. Ähm, ja. Dritte Bild ist Bela. Schaut mir beim, ähm, ja. Ah, ist das ein Frosch, ein Fisch, ein Pugelfisch? Das ist eine Schildkröte. Ach, das ist eine Schildkröte. Nee. Ja. Nein, eine Schildkröte ist doch nicht immer nur am Sch... Ach so, der kann oben auch raus. Der kann, ja, hier oben, ne, nach links raus, hier über, 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 über die, über das Treppchen und dann, ne, ins, 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 ins Trockene. Cool, 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 cool. Nice, nice. Da braucht man, da muss man bestimmt irgendwie so mit so Entalgenzeug arbeiten, damit das nicht so, ne. Das hat mich als Kind auch immer total von, von Aquarien abgehalten. Ich fand Aquarien schon immer irgendwie spannend, aber ich hatte auch keinen Bock, die immer sauber zu machen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, ja. Da, 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 das ich auch nicht. Okay. Next setup? Ja, ja. Also, ich kann dir echt nicht viel zu sagen, das ist, äh, also, also, ne, man, das ist recht schlicht gehalten alles mit, mit allem und zu Racing kann ich sowieso nicht sagen, ohne, dass ich mich irgendwie blamier. Also, von daher... Nee, klar, kannst du ruhig machen, also erzähl ruhig, blamier mich ja auch immer. Ich hab davon halt keine Ahnung. Nee, ich auch nicht. Aber das ist jetzt ein Racing-Setup, wo man, äh, dann maximal über das, über das Lenkrad schaltet, über Wippen und Knöpfe und so weiter, aber man hat keinen, man hat keinen manuellen Schaltknauf, weil man das wahrscheinlich sowieso kaum hat, oder? Naja, du hast ja, also, das, was Terror, worum da fährt, ist ja GT3, die schalten ja sequenziell, also, machst du nur Wippen und dann brauchst du ja keinen Knopf. Okay. Ja. So, next one, Sebastian, Hardcore-Setup. Was? Das leuchtet schon. Ja, wollte ich gerade sagen, Christbaum-Beleuchtung ist an. Das ist mein kleines Setup, viel Spaß beim Begutachten. Okay. Äh, ja. Toller Aufkleber, Captiva. Ähm, ist das jetzt vom Netzteil oder ist das vom Gehäuse? Das ist vom Gehäuse, ne? Wer ist denn Captiva gewesen? Captiva ist doch auch so ein PC-Zusammenbauding. I don't know, I google it. Äh, ja? Ja, müsste eigentlich sein. Ja, sieht so aus. Ja. Es sieht so aus. Gaming-PCs, Homeoffice-PCs, ja. Äh, 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 äh. Ich bin ja, wie du ja weißt, ich bin ja Team, äh, ich mag keine Aufkleber, so in solchen sichtbaren Bereichen. Also, wenn ich auf dem Notebook beim Kollegen gucke und da ist noch so ein Gehose-Aufkleber drauf, dann, also, ich muss das abmachen, ne? Ja. Das ist schon mein Inneres, ich muss das abmachen. Das wäre was, was mich hier halt auch stören würde. Aber ich verstehe natürlich, dass der Anbieter seine Produkte irgendwie kennzeichnen muss, mit Barcode und so weiter, dass er sie halt einfacher, ne? Eins geht nicht. Absolut. Ähm, ist das der Corsair-Gehäuse-Lüfter hier oben, den man hier sieht, mit dem Außenring? Äh, äh, weiß ich auch nicht. Okay. Kann sein. Dann haben wir Kompaktwasserkühlung, äh, wie man sieht, eventuell ist hier oben, äh, ne, ähm, äh, ja, also Kompaktwasserkühlung, äh, RGB-Arbeitsspeicher, Kabelmanagement geht so hier mit der ganzen Geschichte, aber ist egal, geht uns ja nichts an, habe ich ja gelernt. Ich werde auch nie wieder etwas dazu sagen. Das ist ein Fertig-PC, was willst du machen? Der ist zum Anmachen da. Ja, stimmt. Ja. Der ist, der ist zum Anmachen da. Ähm. Muss dein Zuschauer sein. Es sieht mir, ist das ein 4-zu-3-Monitor? Nee. Nein, ne? Es liegt jetzt nur an der, an der... Perspektive, ja. Aber der hat ein, hat ein, äh, hier unten rechts steht ein, äh... Naja, ist doch von mir. Ist von dir, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, dieses... Schön logisch. Ist aber alles durcheinander irgendwie, ne? Das, äh, das, äh, Lenkrad ist von Logitech, die Maus und die Tastatur ist von Rocket, Mousepad, RGB-Mousepad ist von Razer, äh, das, äh, das Mikro ist von HyperX. Da kann man übrigens, ähm, äh, die Beleuchtung ein- und ausschalten. Ja. Und ich finde das eigentlich ganz cool, dass ein Mikro leuchtet, theoretisch, aber praktisch auch wieder scheiße, weil es nur in einer Farbe leuchtet. Also hier hätte man wirklich RGB einbauen müssen, damit das halt zu jedem Setup so passt, ne? Wäre schlau gewesen, aber dann wäre es ja nicht passiv für HyperX gewesen. HyperX, ja. Ja. HyperX ist alles rot, ja, stimmt schon. Ich finde... Ich hab das schon mal... Ja? Äh, der Mundschau. Ich wollte nur sagen... Okay, du. Ich wollte nur sagen, ich hab das HyperX schon mal bei jemandem gehört und da passte es nicht so richtig zur Umgebung. Das Mikro war sehr hell, so. Aber bei anderen Streamern hab ich das schon mal gehört und da klang das komplett anders. Also, I don't know. Schwierig. Das gibt's wohl mittlerweile auch schon RGB. Ah, sehr gut. Ich find den Aufbau für den Monitor schön. Super simpel, einfach... Toppy. Diese Erhöhungen, die waren ja... Früher waren die so richtig... Also, du hast so bei fast jedem Office-Tisch oder sowas gehabt, ne? Ja. Das ist irgendwie ein bisschen außer Mode geraten. Ja, weil die Tische auch einfach hässlich waren. Das waren ja immer Eckschreibtische mit drei Zillionen Fächern. Und, äh, und dann die Erhöhung für den Monitor. Mhm, das stimmt. Ich hab... Mein Papa hat mir seinen alten vermacht. Ich hab das gehasst. Ich wollte einen normalen Schreibtisch haben und er hat mir das Scheiß denn gegeben. Ich hab gekotzt damals. War das dein erster Stream-PC, äh... Tisch? Nee. Nee, nee. Den hab ich mir damals selber gekauft dann. Ach hier, guck. Schön, schön, schön. Toller Aufbau. Find ich gut. Schön über Eck, mehrere Monitor. Das würde mich, das hatten wir beim letzten Mal schon, wahnsinnig machen, wenn die Monitore, ähm, den gleichen Desktop wiedergeben, aber dann so weit voneinander entfernt sind. Ja. Ja, gut, ja. Also, ist ja noch in der Peripherie, also beim Rübergucken. Das geht ja auch. Mhm. Von der Sache her, ja. Focus-Ride-Audio-Interface, äh, wird offensichtlich auch als Soundkarte benutzt, weil das, ähm, ähm, DT-990-Biodynamic-Kopfhörer-Ding ist direkt daran angeschlossen. Schöner Kopfhörer, by the way. Schöner Kopfhörer. Und hier haben wir dir genau, haben wir letztens schon drüber gesprochen, hier haben wir dieses Ringelkabel-Ding da dran, ne? Ja. Das ist gut. Das macht mich wahnsinnig. Das ist gut. Das ist gut, dass das da ist. Ja. Ich bin pro-Ringel-Ding. Absolut pro-Ringel-Ding. Konter-Ringel-Ding. Es gibt von dem, äh, 90, bitte, DT-990, es gibt da eine, äh, Black, in Anführungszeichen Limited Edition, ähm, die kostet auch nicht mehr und die ist auch andauernd auf Ebay und Amazon lieferbar. Äh, die hat das glatte Kabel, also komplett entringelt. Ja. Und für mich spricht gegen das Ringel-Ding, dass das aufgerollte Kabel ja sehr schwer ist und wenn es dann quasi an dir runterhängt und dadurch, dass es geringelt ist, soll es sich ja immer so ein bisschen ziehen, hast du halt immer dieses gesamte Gewicht von diesem Kabel, was an deinem Kopfhörer so zieht, so, ne? Ähm, das mag ich nicht so gerne. Ich hab das früher auch mal gehabt und ich kann dir eins sagen, wenn dieses Ringel-Ding sich einmal so ein bisschen entringelt und dann wieder anders wiederum aufringelt, da, da, dann sieht's auch noch scheiße aus. Also, Alex, ich, ähm, möchte dir jetzt damit nicht zu nahe treten oder so, aber haben die vielen Jahre Office dir in deiner Nackenmuskulatur nicht gut getan, oder? Ich hab sogar eigentlich eine ganz gute Nackenmuskulatur, also was so die Stärke angeht. Okay. Ja, gut, gut, gut. So, hier nochmal ein bisschen ein Blick auf das Racing Wheel, na, Logitech. Das ist eigentlich das einzige unscharfe Bild und hier sieht man auch, dass die Monotore gar nicht so weit voneinander wegstehen, ne? Also, ich würd's näher dran stellen, immer noch, aber, ja. Schönes G-920. Aber es ist auch viel DIY, was man hier so sieht, oder? Naja, der Aufsatz halt, ne? Der Aufsatz? Ich würde mir aber fast behaupten, dass auch die Tischbeine da irgendwie mal nachträglich rangekommen sind, vielleicht. Vielleicht, äh, wurde das selber ausgeschnitten, das Ding? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja. Aber es ist schön, super simpel, in Ordnung. Die Figur kenn ich nicht. Was ist das für eine Figur? Kennst du die? Ich kenn die auch nicht. Gar nicht. Oh ja. Okay, nächste. Wir brauchen, wir müssen, wir haben, wir brauchen nochmal Sachen, die so ein bisschen, also das ist alles clean und das ist alles top, da kannst du nicht viel zu sagen, außer, ja, das eine gefällt mir gut oder das ist nicht so mein Ding oder so, ne? Aber wir brauchen irgendwas, was ein bisschen juicy ist gerade. Juicy sagst du? Ja. Guck mal hier, Staubi, da wird's juicy. Staubi, da ist mein Setup, da ist ja alles aufzulisten, hier rein, Twit Longer, okay. Gucken wir das denn in den Tweet Longer. Ja, das wäre natürlich zu viel gewesen für einen Tweet. 5.000. Mein Rechner. AMD Ryzen 7, 5800X, Asus Rock Strix, GeForce RTX 2080 Ti. Schöne Karte. Be quiet, Netzzahl, Straight Power, 11 Zentimeter, was? Ähm, ja, hier ist offensichtlich das Netzteil mit gemeint, aber, hä? Ähm, Asus Rock Strix 5, X570 E-Gaming, hä? Ach, das Mainboard, oh, ich war grad, oh, du glaubst nicht, wo ich gerade war. Warum liest du das denn da jetzt alles vor? Also, weil ich mich dafür interessiere, was da drin ist. Hier ist nämlich die Enamax, äh, Kompaktwasserkühlung drin, die eventuell ja, äh, bei vielen Leuten Probleme hatte, was die, äh, was, was so die Dichtigkeit und die Vergnazigkeit im Laufe der Zeit angeht. Bei mir war's okay. Ja, ja. Ich hatte keine Probleme, aber viele Leute hatten damit Probleme. 32 Gigabyte Arbeitsspeicher. Wir haben vorhin noch in einem Video gehört, äh, und auch im Chat bei mir gehabt, so, keiner hat heute noch weniger als 32 Gigabyte Arbeitsspeicher, oder? Super viele. Super viele. 250 Ohm, net, äh, Kopfhörer, schön. Das Ding ist halt, äh, wir, wir fühlen uns ja immer als super special snowflakes, äh, weil, weil wir ja in diesem Universum, ein Kosmos, die hier drin sind, aber sobald du die Tür verlässt und ins reale Leben gehst, wirst du sehr schnell feststellen, dass 16 Gigabyte gar nicht so verbreitet ist. Und 32 auch nicht. Wir sind da noch so, glaube ich, bei 8 oder so. Kein Scheiß. Ja. Aber sieht schön aus. Ich finde, das ist bisher das cleanste. Ich, äh, freu mich schon, also das Mischpult. Feier ich schon. Ja. Bin ich großer Fan. Ja. Kennst du es? Ich kenn's nicht. Ja, das ist, also entweder ist das das 16er oder das 24er. Vom Soundcraft UI. Okay. Ja. Ich würd mal fast tippen 16. Ja, da steht Soundcraft UI 16. Ja. Soundcraft UI 16, PodMic, ich hätt jetzt gedacht, dass ein anderes Mikro ist, äh, aber egal. DBX bei Dynamik DT77 250 Ohm, äh, den PSA1, äh, das ist sein 48,8 Zoll 5K Ultra Wide Monitor, ach du Scheiße, und die Sony Alpha 5000, äh, 6000. Ja, Ketoobjektiv drauf, mhm, 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 mhm. Also diese Ultra, Ultra Wide Monitor, ne? Ich find, das ist schon sehr sexy. Ja. Aber ich, ich bin da nicht so drin. Ich fühl das nicht. Ist zum Raising geil, aber so zum, zum Stream find ich das schwierig, weil du das ja, das Bild nicht vernünftig übertragen kannst. Also wenn, dann mit schwarzen Balken. Und du hast immer noch das Problem, dass, äh, manche Spiele das gar nicht unterstützen, dann ist das hat irgendwie in der Mitte, wie bei 16 zu 9, oder, äh, einfach nicht ohne Gedanken irgendwo hin positioniert, oder du hast bei Spielen manchmal sogar anscheinend, das hab ich vorhin auch so in unserem Chat, schwarze Balken links und rechts, weil es einfach diese Auflösung nicht unterstützt, so, ne? Warte? Schade. Entschuldigung, äh, das hat grad jemand in die Steam-Statistik geguckt, 45% haben 16 Gigabyte, 25% 8 Gigabyte und mehr als 16, 12%. Also so viel. Dann sind wir mit 32 und mehr schon noch relativ special Snowflakes, oder? Ja. Also nur bei Steam und dann waren wir ja noch nicht außerhalb des Kosmos. I feel special. Aber, äh, ich möchte noch einen Augen draufsetzen, äh, ich hab auch 64 immer angeboten. Hab ich bei mir noch nie die Notwendigkeit gesehen, ne? Also, so von den Anwendungsszenarien her, zum Streamen brauchst du nicht viel Speicher, zum Videos rendern kann Sinn machen, wenn du sehr, sehr viel mit After Effects und so weiter arbeitest, genauso wie mit Photoshop, aber tu ich halt nicht, ne? Äh, viel Arbeitsspeicher zum Streamen ist doch gar nicht so unwichtig, wenn du mit Browser-Sources und sowas arbeitest und viel Buffer. Wenn du viel Bufferst, geb ich dir recht, Browser-Sources geb ich dir auch recht, aber dann musst du schon sehr viele Browser-Sources haben, die sehr groß sind. Ja, ja. Kann ich. Also, ich sag mal so, in meiner, in meiner Hochzeit mit tausend verschiedenen Quellen überall eingebunden, ähm, guck ich in den Taskmanager, hatte 32 Gigabyte Speicher in einem, in einem, in einem Rechner und OBS zieht sich 1,5. I don't know. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Kannst ja mal Feedback geben. Ja, die, wenn, wenn die großen Videodateien laufen, ist schon ein bisschen mehr. Aber das war damals auch nur, äh, Prestige, um ehrlich zu sein. So wie halt auf Slowencoden, ne? Das ist nicht Prestige, das ist, äh... Doch, 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 das ist auch Prestige. So von wegen, aha, schau mal, mein Setup kann das nämlich. Ja, aber ist ja nicht das Schönste. Ja, Moment. Aber aus dem, aus dem, äh, Gesichtspunkt, hey, guck mal, mein Setup ist so stark, dass es das kann, ist es ja aus Prestige-Gründen. Ja. Nicht, weil es, nicht, weil es besser ist. Das stimmt. Okay, ja, 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 du hast recht, ja. Hm. Dann weiter. Okay, Noble, Noble Chashu, ja, ja, sorry, sorry, ich hab mich grad angefressen hier. Das ist gut. Da ist das Soundboard, steht auf dem Boden. Okay. Ja, warum nicht? Bitte? Anamax-Kühlung, das ist schon die etwas neu, also das ist die neuere Version davon, die hat hier dieses eckige Ding. Und egal, wie sauber dein System ist, ne, wenn du, wenn du nah mit der Kamera rangehst und fotografierst das, hast du immer das Gefühl, als ob da drin gerade irgendwie einer mit einer Kettensäge gesägt hätte oder mit einer Stichsäge oder sowas. Du hast immer solche, solche kleinen Flakes mit dabei. Ich, also... Ich hab große. Okay. Was dich, ja? Ich find, irgendwie sehen, also, wie gesagt, nicht böse gemeint, aber hier, das sieht irgendwie ein bisschen strange aus, dass die Anamax-Kompaktwasserkühlung hier, ähm, also die Kühlschläuche, die sehen irgendwie, als ob kein Platz mehr gewesen wäre, weißt du, so, ja, die passen da so gerade eben rein und die Grafikkarte auch noch drunter. Die hängt, äh, naja, er könnte das wahrscheinlich anders machen an der Grafikkarte, äh, hinten vorbei. Ja. Das wäre wahrscheinlich anders, aber, jo, vielleicht hat das seine Bewandtnis, dass das die Grafikkarte, äh, hinten vorbei. Hält oder so. Kann sein. Ich würde das gerne mal unbeleuchtet sehen, ehrlich gesagt. Das Gehäuse hier. So, ich glaub, das sieht unbeleuchtet nochmal völlig anders aus mit den Farben. Ja. So mit dabei. Aber schick. Schick. Schickes Ding. Ich auch. Schickes, gutes Setup. Ich darf ja nichts zum Kabelmanagement sagen. Doch, kannst du. Mach doch. Es hat noch Raum für mehr Kabelmanagement. Danke, Alex. Das ist ein sehr gutes, äh, das war gut. Gerne. Aber schönes Setup. Mit Verbesserungsvorschlägen. Kommt man immer weiter. Was haben wir denn da? Eine junge Frau auf dem Desktop. Belmont. Die GTX 1070 schlägt sich tapfer in den neuen, äh, in den neuen invertierten Ryzen 5600X-System. Hardcast Setup. Hashtag make GPU affordable again. Kennt man die Dame? Äh, vielleicht ist es deine Freundin? Oder Frau? Maybe. Maybe. Lebensabschnittsgefährder? Ähm, hier unten ist eine Fritzbox Cablebox. Höhenverstellbarer Tisch. Emilia Clarke ist das. Game of Thrones. Ah, ja. Ah, ja. Also so ganz ohne, ohne blonde Haare. Äh, ja. Also mich kann man super einfach täuschen. So von wegen so, hm, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Aber ich glaube, wir sind uns noch nie über den Weg gelaufen. Doch, ich hatte letztens blonde Haare. Ach so, hm, okay. Ähm, höhenverstellbarer Tisch. Sieht auch so aus vom Kabelmanagement her, das man ja gar nicht sieht auf diesem Bild. Hier hinten sieht man nur einen, so einen Kabelschlauch herlaufen. Ja. Äh, dass das wahrscheinlich mit der Höhenverstellung überhaupt gar kein Problem gibt. Finde ich cool. Das ist bisher das cleanste. Ähm, dicken Subwoofer unterm Tisch. Wir sehen auf diesem Bild hier noch keine Bilder. Xbox Controller, zwei Monitore. Der vorne ist auch wieder curved. Der in der Seite ist gerade. Gerade auch hier wieder, was mich immer triggert ist, wenn die so weit auseinander stehen. Aber das ist nur mein Ding. Der andere rechts ist aber auch, äh, anderes Format, nicht? 16 zu 9. Was ist das? 16 zu 10? Der ist weiter. Steht hier leider nicht mit dabei. Der ist nicht normal. Dann ist, dann ist der 16 zu 10, denke ich. Nee, das ist 16 zu 9 und das andere 16 zu 10. Ach so, ja, 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 okay. Mhm. 16 zu 9, 21 zu 9. Ah ja. Okay. Alles klar. Ja, sieht im Dunkeln aber schön aus. Auf jeden Fall. Beleuchtung finde ich hier gut. Schön ausgewogen. Passt ganz gut zusammen. So diese weißen Komponenten zu dieser, ähm, jetzt mehr so, ich nenne es mal so Cyberpunk-ing-Beleuchtung. So ein bisschen, ein bisschen rosa, ein bisschen pink, ein bisschen mit dem Blau. Ja. Das sind auch so meine Farben, also meine, meine Tastaturen, alles ist auch in dieser Farbe angeleuchtet, also, schön. Das ist ein gutes Setup, schön clean, aufgeräumt, direkt am Badezimmer dran. Hat man, hat man, äh, auf solchen Tischen mit so einer glatten Oberfläche nicht das Problem, dass man da auch gut, auch im Sommer drauf kleben bleibt und dass man da so die ganzen Fingerabdrücke drauf sieht? Bestimmt. Schon, ne? Ja. G-Skill Trident Z-Speicher, das ist ja dieser, den gibt's ja auch in diesen super funky Grizzle-Brizzle-Blinky-Editionen, das ist hier nicht der Fall, gefällt mir auch sehr schön. Hab ich den beiden drinne. Ich hab bei mir immer nach Möglichkeit möglichst schmalen Speicher, damit halt auch die großen Noctur-Lüfter drüber gehen, wenn, ne, wenn die auf Dingens laufen, auf Luftkühlung laufen. Ja. Schönes Teil, kann ich nicht weiter, nicht mehr zu sagen, gefällt mir. Das ist bisher, ich glaube, das ist bisher das Cleanste. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, dann ab ins Nächste. Ab der Lachs. Oh. Nochmal Staubi. Äh, Staubi, ich hab den Tweet jetzt erst gesehen. Äh, aber den, aber die, aber das kommt mir alles sehr bekannt vor. Ist egal. Next. Oh, was ist das denn? Das ist ja ein tolles Setup. Das ist für meine Kündigung. Oh, Ron. Drops mal einen Ron. Ron, jetzt geht's los. Ghost Bin? 5900 X. Moin. 5900 X, 200 Gigabyte Speicher. Da sind wir wieder bei den Special Snowflakes. Ähm, zwei, äh, Western Digital. Ja, der ist von dir, ne? Ganz klar. Hä? Wieso? Ja, Western, Western, du hattest du nicht mal eine Promo mit Western Digital? Ja. Ja. Zehn, zwei. Zehn, sie. Ähm, 2070 super. Warte momentan auf die weiße Asus 3080. Boah. Überleg mal, du willst jetzt eine Grafikkarte kaufen und dann hast du noch bestimmte Anforderungen, dass du eine ganz bestimmte Karte haben willst. Die, aber in weiß. Ja, warum nicht? Ich drück dir die Daumen. Äh, zwei Dell-Monitore. Dell-Monitore waren auch oft für viele ein absoluter Geheimtipp. Ja. Keyboards, dies, das, jenes. Äh, Sennheiser Headphones, GoXLR Mini. Ich bin gespannt. Ich mag Pepe. Das sieht, das sieht schön aus. Das sieht schön aus. Custom Keyboard hier wahrscheinlich, ne? Ja. Ich bin, ich bin echt nicht so der größte Fan und Freund von, von Custom Keyboards, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Ähm, ich, ich finde halt, ich finde es cool, dass man alles selber machen kann, bis, von der Feder bis zum Schmiermittel, das man benutzt und du kannst den Klang von den Tasten halt komplett beeinflussen und so weiter. Aber wenn ich dann höre, dass, dass ein Custom Keyboard halt dann auch irgendwo im Standardmäßig so zwischen 150 und 250 Euro kostet, je nachdem, was man so verwendet, ja, sorry, dann bin ich raus. Das ist nicht mit meinem Ding so. Super schön, aufgeräumt und simpel. Gut. Schon, ne? Ja. 350 hat das gekostet. Das Keyboard. Alles klar. Alles klar. Aber, ähm, auf der anderen Seite finde ich es natürlich sehr beeindruckend, dass man überhaupt heute die Möglichkeiten hat, dass diese Szene sich auch so krass entwickelt hat, wie, wie, wie sie das so tut. Ich kenne, äh, ich kenne ein, zwei Streamer, Marcy zum Beispiel, der, äh, in seinen Streams ab und zu, ähm, solche Setups halt, äh, also solche Keyboards halt auch zusammenbaut, auch mal für andere Leute. Goldfox war zum Beispiel einer dabei. Und dass du halt wirklich alle Auswahlmöglichkeiten hast. Das finde ich sehr beeindruckend. Da sind zwei Grafikaten drin. Da sind zwei Grafikkarten drin. Nee. Warum hat die zweite Grafikkarte dann kein, äh, Strom? Kein Ding ins? Vielleicht ist es eine kleine? Soundkarte? Ähm. Ist das... NVMe? Weil, was ist das hier unten drunter? Das ist kein Stabilisator. MSI liefert so einen Stabilisator darum, um das Teil zu, zu stützen. Echt jetzt? Ich kenne diese Stabilisatoren, die man, die man so unten an das, also an das Gehäuse quasi anbringen kann. So was, so ein Ding habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich habe jetzt wirklich gedacht, das ist eine kleine Grafikkarte noch extra. Okay. Jo. Ja, irgendwie so eine, so eine andere Steckkarte, ne? Ja. Guck mal, wir lernen heute was. Nice. Du hattest das auch, bist du auch verzweifelt beim Einbauen. Aber schön, äh, Spaghetti-Kabel noch vom, äh, also unten hier das, äh, Sata, ne, was ist das Sata? Noch gesleeved? Das weiße hier unterhalb der Karte meinst du? Ja, das noch gesleeved und dann das, äh, das andere dann Spaghetti. Aber das wird, das passt ja optisch dann zusammen. Also ist ja nicht schlimm. Ja. Absolut. Oh, nice. Schönes Teil hier mit dem, mit dem Asus-Mainboard hier im Untergrund und dann den Fantex-Hüller. Ich finde der Fantex-Hüller, der hat hier was mit diesen, mit diesen weißen, ähm, ja. Wie soll man das nennen? Blenden? Abdeckenblenden? Ja. Ach so, ja, zum Glück sehen wir die, äh, ganzen, äh, das Custom-Keyboard nochmal ordentlich. Krass, guck mal, das RGB rundrum. Mhm. Wild. Ja, der, der ganze, der ganze Body leuchtet, das ist nicht rundrum, der ganze Body leuchtet dabei. Ja, nice. Das ist halt eben, das ist halt eben, hast du die Kupplung hier oben gesehen? Ja. Boah, das ist aber fett. Das finde ich schon geil. Also es ist nicht meins, aber ich finde es sehr geil. Das ist wirklich hübsch. Das ist, äh, sehr hübsch, ja, auf jeden Fall. 350 Tacken? Also wenn sich das nächste Mal bei mir jemand beschwert, von wegen so, alter, also die, das ist ja ganz hübsch, aber, also, 150 Euro sind immer zu viel, dann werde ich, werde ich das hier verlinken. Also, das da. Ja, pff. Keine Grenzen, das Grenze. Das stimmt, sehr geil. Ich meine, meine kostet, glaube ich, auch 250, die ich habe. Schöne Setup auf jeden Fall. Absolut, ja. Das ist sehr schön. Hier wurden Monitorhalter verlinkt, ähm, höhenverstellbare Monitorhalter, mhm, ja. Ja. Ja, dann, auf geht's. Next. Ja, ja, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Oh je, der Wild. Wild. So, back mal. Ich glaube, ich glaube, es ist von uns beiden. Auf jeden Fall bei mir. Mach dann auch mal mit. Hardware-Infos. In einem Google-Doc. Hm. Wollen wir das denn schon mal gesehen? Finde ich cool. Äh, auf den ersten Blick sieht das aus wie ein, dass, dass, dass quasi, dass, die Hintergrundbilder, dass es immer das Gleiche ist, ist aber nicht. Das sind auf jedem, das ist ein, ein großes, ein, ein Ultra-Wide, dann auf drei Monitore aufgeteilt. Aber ich muss echt sagen, ich bin instant getriggert durch die Webcam. Die ist bei mir, das ist die Streamcam von Logitech und die ist bei mir knapp nach der Garantie kaputt gegangen. Und nein, ich habe sie weder beschossen, noch ist sie oft runtergefallen oder sowas. Ja? Das ist wirklich ein sehr schönes Setup. Er ist auf jeden Fall Linkshänder. Mhm. Hat sich eine eigene Halterung für das, äh, Tablet besorgt und die auch noch schön, äh, ver, 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 und er hat ein größeres Tablet genommen. Das ist ein 24 UI und betreibt das Ganze, glaube ich, über USB? Not sure. Geht so aus. Sehen wir vielleicht gleich auf den anderen, anderen, äh, Bildern. Aber das ist echt, ich müsste mir auch mal echt so ordentliche Monitorboxen kaufen. Das ist echt schön. Ein tolles Setup. Schöne Monitorboxen hier nochmal hochgeführt, mit eigenem Kabelkanal aufgehangen. Auf jeden Fall sehr viel Mühe damit gegeben. Ähm, die Halterung hattest du gerade alles schon genannt. Äh, hier ist eine Bildschirm, ähm, Lampe noch oben drüber. Gerade wenn es dunkler wird, dass man... Von BankQ wahrscheinlich. Please? Von BankQ wahrscheinlich das Ding. Yeah, maybe it's from BankQ, we don't know. But we can look at it in the hardware info. Ah, Filmschuhleiper, egal. Hauptsache für den privaten Gebrauch, ein UI24R kaufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich muss mir wirklich das Yamaha-Ding für zwei Schleifen kaufen, damit ich mich wieder besonders fühle. Aber du musst dich doch nicht besonders fühlen. Ja, also wenn Privatanwender schon für 800 Euro Mischpult zu Hause haben, dann wird es Zeit, wir müssen auf... Also, Chat, wir müssen aufstocken. Okay. Aber endlich mal ein anderer Mikrofonarm hier. Nicht immer so, also... Den hab ich auch. Ich hab von dem Rode PSA1, äh, PSA1 heißt der, ne, hab ich, äh, sind zwei bei mir kaputt gegangen. Die haben ja innen so eine Scherentechnik in der Innenseite, du hast ja keine Federn da drin, ne? Ja. Und irgendwann scheren die sich ab. Obwohl ich nicht mal jeden Tag damit irgendwie voll rein, voll raus, voll rein, voll raus oder so gemacht hab, ne? Ich hab auch zwei zersägt. Der ist schon sehr gut, der Arm. Ist relativ günstig. Ja, und du kannst es schön feststellen. Man könnte meinen, das ist ein Zuschauer von mir. Würde ich auch tippen. Ich seh viel, ich seh viel von mir. Ja. Sehr viel. Aber ein schönes Mikrofon, ne? Hm. Das hab ich schon mal irgendwo gesehen. Ja, das hab ich auch übrigens. Genau in der Konstellation steht das im Hardware-Sheet drin. Sehr geil. Schönes Kabelmanagement. Der ist hundertprozentig von mir. 100 Pro. Ikea, Ikea-Kabelwannen, da sind zu viele, zu viele Gemeinsamkeiten. Zu viele Gemeinsamkeiten. Nee, tatsächlich doch. Hat doch über USB. Krass, warte mal kurz. Äh, Moment, 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 Moment. Aux-Send. Fürs Mikrofon wahrscheinlich. Das ist sehr clever. Und nochmal zwei extra Eingänge und USB-Moment. Zwei extra Eingänge wird wahrscheinlich Konsole sein. Und dann noch irgendwas. Das Mikrofon ist auch noch eins davon. Hä? Hä? I don't understand. I don't understand. Oh man. Also eins, hm. Eins ist die Konsole. Und das andere ist das Mikrofon mit Stereo? Weird. Okay. Ja. I don't know this. Meins ist übrigens voll, ne? Ja. Also. Sag mal, ist deins eigentlich voll dein Soundcraft? Ja, meins ist voll. Ich bin immer wieder stolz, dass ich es geschafft habe. Bin ich ehrlich. Alex. Okay, ja. Entschuldigung. Ja, Mann, jetzt lass dich doch auch mal flexen. Ach, ich find das gut. Ich find das gut. Ich bin selber sehr technisch begeistert. Aber ich hab mir irgendwann für mich, für meinen Gebrauch, Sachen abgewöhnt, bei denen ich mir dann sicher bin, dass ich es nicht brauche. So, ne? Hab ich auch. Das Tablet hängt da auch noch dran. Das sagst Beckmann gerade in meinem Chat. Ah, zum Musik abspielen extra. Da war er clever. Zehn von zehn. Ich find den Philips Hue Schalter sehr schön. Und ich finde auch oben unter dem Tisch den USB-Hub sehr geil. Ja. Ah, guter Mann. Hat gut aufgepasst. Okay. Hey, schönes Ding. Also, ich kann's nur noch mal sagen. Ich mag, ich find das, ich find das immer cool, wenn man, wenn man hier so, so, also diese, diese, also vergleichsweise einfachen Sachen oder, also was, das ist jetzt kein Trigger oder sowas, aber wenn man das jetzt noch ein bisschen optimieren möchte, ähm, manche, manche Menschen wissen nicht, dass man, ähm, die Windows-Task-Leiste auch nur auf einem Monitor ausgeben kann. so, andere möchten das extra so haben, dann haben sie nämlich auf jedem Monitor ihre Symbole und auch die, äh, die, äh, die, äh, die, äh, das, äh, die Windows-Start-Leiste, so in der Richtung. Aber ich find das cool, dass das hier durchgeht. Das hat mich, äh, find ich gut. Find ich sehr schön. Find ich sehr schön. Hab noch ein weiteres Bild bei Tageslicht gemacht. Dachbewohner. Ich, äh, ich, ich denke, es ist gerade sehr warm bei dir, oder? Also zumindest die letzten paar Tage gewesen. Ja, wir Kacknoops, wir sitzen alle unterm Dach. Ist immer so. Gamer sitzen immer unterm Dach. Oh! Der hat ja sogar meinen Stuhl. Der hat das Hardware-Sheet ja hoch und runter gekauft bei mir. Was ist denn das, was ist denn das für ein Stuhl? Äh, 24 Stunden Office-Chair für dicke Leute. Okay. Ist der überhaupt noch bei mir im Chat? Hat noch nicht einmal, hat bei dir einer geschrieben, oder? Ja, ja. Also entweder, also entweder ist er kein Zuschauer mehr, oder er studiert einfach nur das Hardware-Sheet. Also ich seh da schon, seh ne Menge, äh, ne Menge, äh, Einfluss. Äh, kurze Frage, weil ich, weil ich selber keinen Philips Hue benutze. Also dieser, dieser Philips Hue-Schalter ist quasi, um standardmäßig Philips Hue-Geräte mit einem festen Schalter ein- und auszuschalten, damit man eben nicht über die App oder über einen Sprachbefehl gehen muss, korrekt? Ja, korrekt. Cool. Ich glaube, ich werde mir auch nochmal so ein Ding hirnklatschen fürs Büro. Um was bei dir zu machen? Das Büro auszumachen. Ich hab manchmal keine Lust, äh, hey, blablabla, mach das aus. Manchmal geht mir das auf den Sack, manchmal will ich einfach nur... Wie, jetzt mal, jetzt mal doof gefragt, wie ist denn dein Sprachbefehl so komplett? Hey, blablabla, schalte Büro aus. Das kann ja nicht sein, dein Gerät läuft ja noch. Ja, aber ich war clever und ich hab alle anderen, äh, Steckdosen da rausgenommen, wenn ich das sage. Ich habe, ich hab mir überlegt, äh, das hab ich mir bei Home Assistant noch nicht angeschaut. Ich hab Home Assistant noch nicht installiert, aber ich bin kurz davor. Ähm, man könnte, man kann ja bestimmt auch Sprachbefehle ausklammern, oder? Also man kann doch bestimmt sagen, dieses Gerät ist nicht per Sprache zu steuern, right? Weiß ich nicht. Kann sein, ja. Ja, ich, äh, da reden wir dann mal drüber, wenn ich mal ein bisschen rumgespielt habe. Ich hab da schon ganz wilde Ideen, wie man, wie man sowas unterbinden kann, dass etwas nicht geht. Oder dass ein Sprachbefehl nur geht, wenn zum Beispiel eine bestimmte Last nicht mehr anliegt. So, also als Beispiel, äh, du kannst nicht aus Versehen deine Steckdose ausschalten, wenn der Computer noch an ist, weil der ja Last X verursacht. Also geht der Sprachbefehl nur, also der Sprachbefehl triggert nicht das Ausschalten, sondern der triggert ein Skript, das guckt, ist Last drauf. Ah, nee, Computer läuft noch, ich darf die Steckdose nicht ausschalten, Fehler. You know? Viel Spaß. Ey, und sowas hab ich Spaß. Ja, Berichte, Berichte. Bin gespannt. Okay. Okay. Also wirklich, viel Spaß. Das macht wirklich Spaß. Glaub ich dir. So, next. Eisdealer. Hierzu muss man folgendes wissen. Ähm, der Eisdealer streamt, wie der Name schon vermuten lässt, ähm, aus einer Eisdeale, während er Eis herstellt. Das heißt, wir sind jetzt hier quasi in einer Küche, schrägstrich, äh, Eislabor nennt er das Ganze. Und das ist ein mobiles Setup, das er jedes Mal, jeden Tag auf- und wieder abbaut. So, und er hat sich eine Menge, äh, abgeschaut, hat sich eine Menge, ähm, inspirieren lassen und eine Menge ausprobiert. Und, äh, das ist jetzt quasi so, ähm, wenn ich das auf den ersten Blick mal so sagen darf, das ist die, äh, alte Sony Cam. Die hat halt quasi keine oder nur eine sehr schlechte Bildstabilisierung. Braucht er aber nicht, weil die hängt ja aber eben nur mit dem Saugnapf hier unter diesem, äh, unter diesem, äh, unter diesem Regal, ja. Ich hätte es besser gefunden, wenn die Bilder einzeln gewesen wären. Wir machen das mal eben so. Können wir da ein bisschen mehr reinzoomen. Also, ich meine zu wissen, er benutzt ein, äh, Notebook. Hier. Das war der, das war der beste Satz. Also, ich meine zu wissen, er benutzt ein Notebook. Da ist ein Notebook auf Bild, Jim. Das, also, ja. Großere Bilder sind unter dem Tweet. Dann, äh, ein, ähm, hier so ein, so ein Ameisen-ähnliches Mikrofon, wo du immer so einen großen, wie er verkehren muss, so einen großen Puschel dann halt mit dabei hast. Aber, das Problem ist, die Maschinen bei ihm, die man hier gerade auch in der Vorschau von OBS sieht, die Eismaschinen, die, ähm, wie nennen die sich, ich hab den Namen vergessen, nennen wir sie Eismaschinen, ähm, die sind vergleichsweise laut. Und du musst eine Art von Rauschunterdrückung haben. Oder du musst auch Mikrofone haben, die wenig von der Umwegebung und viel von dir aufnehmen. Dynamische Mikrofone halt so, ne? So mit dabei. Und, ähm, wenn man sich mal diese ganz alten Streams vom Eis anhört und dann, wie es jetzt klingt, das ist echt geil. Ach so, die heißen Eismaschinen. Alles klar, okay, danke. Vielen Dank. Cool. Das mit dann dabei. So, hier sieht man im Prinzip nur, ähm, ne Sony. Ich nehme mal an, dass das die, kannst du das hier lesen? 6000. Das ist die 6000, also die etwas neuere. Und falls wir Bock auf einen Doppel-Dunkel-Keks haben, ne, dunklen Doppel-Keks haben, dann wär auch grad da. Dann noch die allseits beliebte Logitech C29 als Secondary-Triple-Cam-Whatever. Und hier bin ich jetzt gerade selber überfragt, was das ist. Das ist das Funk-Mikrofon. Ja. Das ist die, äh, Empfangstation. Okay. So, größere Bilder nochmal unten drunter. So, ach, hier die einzelnen Bilder nochmal. Okay, verstehe. Ja, das haben wir uns jetzt gerade allerdings schon angeschaut. Äh, das ist ein XMG-Laptop Core i7 4700MQ. Der hat eine GTX 765M drin. Ich denke mal, dass man über die CPU, äh, über die GPU dann encoden kann. Also, dass die quasi das Encoding macht. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich denke mal, das geht über die GPU. Ich glaube, das war, glaube ich, auch der ausschlaggebende Grund, um genau dieses Notebook zu holen. Gebraucht, günstig. Akku egal, weil hängt sowieso immer am Strom dran. Ähm, dann die, äh, die T-Bone-Variante. Also, sprich, hier der, äh, Empfänger und, äh, das, äh, Mikro, äh, mit dabei. Die Sony, wie gesagt, die, die ältere. Die FDR, äh, X1000. Ähm, die man übrigens knapp 100 Euro günstiger kriegt. Oder teilweise ein bisschen mehr als die, äh, aktuellere Sony. Und selbst die ist ja auch schon ein bisschen älter. Und zweimal den Elgato Cam Link, ja. Ich würde fast behaupten, dass der Elgato Cam Link hier mit auch das teuerste bei der ganzen Geschichte ist. Zwei Stück davon, ne? Nee, die Kamera. Die Kamera ist das teuerste, glaube ich. Die kommt bei 600 raus. Die Sony. Ähm, der Asti, der streamt übrigens auch, äh, hat auch eine Zeit lang regelmäßig, äh, 3D-Druck gestreamt. Das ist genau einer von denen, von denen ich dir letztes Mal erzählt habe, weil wir kurz über 3D-Druck gesprochen haben. Der sich einen, ähm, ich nenne es jetzt mal, äh, günstigeren Drucker geholt hat, um ihn dann mit eigenen Mitteln immer weiter zu modden und zu erweitern. Hier eine Kabelführung, hier dieses Ding, da das für das, für das, für das, für das Material und so weiter, ne? Also dem habe ich wochenlang immer mal wieder reingeschaut, wie er seinen, seinen 3D-Drucker gepimpt hat. Mithilfe aus dem Chat. Sehr krass. Schön. Sehr krass. Okay, next. Ich weiß gar nicht, wie viel wir, wir machen müssen heute. Es ist 18.58 Uhr. Das heißt, wir haben noch eine Stunde Zeit. Ich habe, ich habe den, äh, Wink mit dem Soundschwald verstanden. Wir geben ein bisschen mehr Gas. Mein aktuelles Setup. Ist noch einiges geplant, aber erstmal Piano, Hardcast-Setup. Das ist deiner. Das ist meiner, ja. Äh, Filt, okay. Beringer-Mischpult. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Aber wenn es geht, geht es. Was ist das unter dem rechten Monitor? Router? Hätte ich gesagt? Ich denke, Router. Da hängt noch so eine Antenne dran. Äh, dreimal Aorus-Monitore. Rocket, Monitor und Maus. Rocket, Monitor und Maus. Äh, äh, Fandertag, CSL, Elite, Wheelbase. Ähm, PC hat eine RTX 2070 und ein Core i7-9700. 16 GB Arbeitsspeicher. Not a special Snowflake. Ähm, Z390 Gaming, ähm, als, 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 äh, Chipsets auf dem, äh, auf dem Mainboard. Das heißt, nicht die neueste, aber natürlich immer noch sehr geil damit zu zocken. Schön. Kann man bei so einem, ähm, Sitz, äh, Konfigurationsgerät den, den Sitz auch verschieben? Ja, oder ist der, ne, kann, also weiß nicht, ob seiner geht, aber sollte er nicht gehen. Also es gibt sowohl als auch, es gibt, es gibt sowohl als fest montiert, weil das ist deine Größe, oder, und es gibt auch zum, du kannst auch nach vorne und nach hinten fahren, ja? Ja, ja, ja. Also meiner kann auch nach vorne und nach hinten fahren. Macht, was ja auch Sinn macht, weil, weil du bist doch wahrscheinlich beim Fahren, dass den, das Lenkrad ein bisschen dichter an dir dran haben, oder? Ja, aber hier geht's wohl nicht. Aber, äh, ich weiß nicht, was der junge Mann da eingestellt hat. Das sieht weird aus, weil er den rechten Außenspiegel nicht sieht. Hm. Kann man, kann man bei dem Game, ja, Moment, er sitzt ja auf der, auf der, äh, er sitzt ja auf der linken Seite als Fahrer. Ist es denn normal, dass man dann auf dem rechten Monitor eben auch nur den Rest von dem Fahrzeug sieht und nicht den Außenspiegel? Eigentlich sollte er alles sehen, das ganze Kopf wird. Und rechts ist bei ihm was abgeschnitten. Das heißt, also entweder, weil er so weit weg sitzt und das vernünftig ausgemessen hat und das eingestellt hat, fehlt ihm da was, was gut möglich sein kann? Oder er hat sich, äh, hat sich nicht ausgemessen. Ah, es war nicht eingestellt, alles klar. Er hat sich schon erledigt. Hm, okay. Ja. Dass dir sowas auffällt, ich hätte es im Leben nicht gedacht. Mein erster Gedanke, als du es gesagt hast, war so, ja, wahrscheinlich muss man jetzt einfach mit der Maus nach rechts gucken oder so, weißt du? Nee, nee, nee. Nee, man sieht das Auto. Aber es ist schön. Also es ist wild, schön, geil. Freut mich. Finde ich gut. Cool, okay. Ah, das hatten wir schon. Ja, okay. Direkt, äh, direkt zum nächsten weiter. So, hier, Hashtag Hardcast-Setup. Wild, jetzt wild. Das ist sehr, sehr wild hier. Ja, ne? Ich finde auch. Und unser Grafiker ist schön. Der macht echt gute Sachen. Ich habe ihn noch nicht, ich habe deinen Grafiker noch nicht gesehen. Hashtag Hardcast-Setup. Ich wollte dich mitloben. Ach so, danke. Das ist auf jeden Fall ein E-Guy-Zuschauer. Sieht so aus, ne? Ja, weil unten die Leitbar kommt von E-Guy. Richtig schuhe. Wow, schön. Auch die Spinne. Guck mal hier, die Spinne für das Mic. Ja, das ist die Originalspinne, ne? Ja. Das ist die Originalspinne für das Elektro-Voice-Mikro. Die nimmt auch gar keinen Platz weg und ist auch nie im Weg oder so. Das ist halt so ein typisches Radio-Ding so. Da spielt das keine Rolle. Richtig geil. Aber auch sehr viel Smart-Scheiß eingebaut, ne? Hier die rückseitige Beleuchtung mit dabei. Das ist von Hue. Mhm. Da steht auch noch eine Sony. 5100. Mhm. Und eine C29 ist direkt über dem Monitor. Ja, 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 ja. Oh, hast du den Monitor links gesehen? Da gibt es ein DJ-Setup. Kann ich dir jetzt... Ich klicke mal weiter. Ja. Ich klicke mal weiter. Steht 100% DJ-Setup. Alles klar. Hier erst mal drei Monitorsystem plus Fernseher oben drüber. Finde ich mega geil. Würde ich eigentlich auch machen. Wollen. Wenn... Ich bin früher absolut dagegen gewesen. Aber wenn ich jetzt einen Computer hätte, der wirklich nah an der Wand dran steht und ich hätte den Platz und die Möglichkeiten dazu, ich glaube, ich fände es auch geil. Aber die Frage ist, ob ich dann halt so einen fetten... Weißt du eigentlich, wie warm so ein großer Fernseher wird? Ziemlich warm. Ich habe das bei mir oben in meinem Wohnzimmer jetzt mal gemerkt, so, ne? Wenn ich den abends den mal ausgemacht habe. Ich habe einen alten Fernseher, der wurde nämlich nicht so warm. Ich fasse da hinten so dran. Ja, es ist mir klar, warum der so viel Strom zieht im Verbrauch, ne? Der wird schon warm. Ja. Oh, da steht das Pioneer-Setup. Ja. Rechte Seite. Ja. Sehr schönes Setup. Oh, ich finde hier den... Die Schallschluckwand, nennen wir sie jetzt mal so, den Akustik-Schaumstoff, finde ich geil. Wie das hier mit gegenläufigen Panels sozusagen aufgebaut ist. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Zimmer. Ja. Schönes Zimmer. Wirklich. Und hier liegt ein DBX rum, als ob... Also, ja, den habe ich halt noch, den lege ich mal da hin. Vielleicht wird der ja benutzt. Glaube ich nicht. Liegt da... Naja, ich sag mal, wahrscheinlich... Ich bin ganz stark davon aus, dass der hier oben streamt. Und, äh, das wird seine Deko sein für das, äh, für das, äh, Dings hier. Sag schnell. Für das, äh, DJ-Hing. DJ-Setup. Aber es ist wirklich ein sehr schönes Zimmer. Gefällt mir auch. Also, ich bin... Was so diese Schallelemente angeht in der Wand, sowas, äh, sowas, äh, flasht mich immer wieder, was es mittlerweile da alles, äh, gibt und was... Also, wie viel Geld man dafür auch ausgeben kann. Ja. Ne, also, finde ich, finde ich sehr, sehr schön. Oh, sogar noch mit Sofa drin und so, richtig. Ja, natürlich. Guck dir das mal an hier. Entweder mit 3D-Druck oder, oder ausgefräst. Hier noch so ein Escape-from-Tarkov-Logo mit drin. Ja, moin. Schönen guten Tag auch. Das ist eine kleine Man-Cave, oder? Also, klein, in Anführungszeichen. Ja, äh, 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 denke ich. Schön. I like it. Jetzt mag ich es noch mehr. Was mich ein bisschen irritiert ist, dieses Fenster hier. Hier sieht man so eine Treppe. Ist das vielleicht, ist das vielleicht hier so ein... Das ist der Keller. Ja, das ist der Keller. Wollte ich gerade sagen. Das ist 100 pro der Keller. Was ja nicht schlimm ist, ne? Ja. Im Winter, äh, im Sommer schön, schön kühl. Und, äh, wahrscheinlich hat man da halt auch seine Ruhe, ne? Ja. Das Tag-Off-Logo hat mich jetzt gerade noch geflasht. Das ist aus Holz, übrigens. Geil. Geil. Schöner Raum. Wirklich schön. Hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben. Avus, übrigens. DJ Avus. Ja, der ist von mir im Chat. So. Tim Ohle. Ich bin auf das Urteil gespannt. Zehn von zehn brauchen wir gar nicht weiterreden. Das ist ein super, übrigens, das ist eine super Idee, hier so ein, äh, so ein Bord hinzuhängen, was man mehr so aus einer, äh, aus einer Werkstatt kennt, dann, dass man so Werkzeuge und Krimskrams halt irgendwie anhängen kann, was man dann für, für genau sowas benutzt. Zehn von zehn. Und Deko und Sachen, die man braucht. Ich weiß, äh, da oben ist, glaub ich, nur noch ein Bilderrahmen. Zehn von zehn. Ist wunderschön. Ist ne coole Idee, ja. Äh, Custom. Custom Keyboard, Tastatur, drei, drei Monitor-Setup, wieder ne, wieder ne, ähm, äh, Bildschirmbeleuchtung, Logitech C29 wieder mit drauf, höhen, verstellbarer Tisch, äh, ein bisschen was von Ikea, ein bisschen was von, keine Ahnung woher, schlicht. Schlicht und schön. Mehr kann man da gar nicht zu sagen, du. Nö. Mein Setup wiegt dagegen wie ne Camping-Ausrüstung. Ja, aber es ist deine Camping-Ausrüstung, Eis. Richtig. Na dann, next. Na dann, okay, weiter. Ja, ich guck mir sowas ganz gerne ein bisschen länger an. Ja, ja, ist gut. So, next. Wuta. Bild. Von mir. Wuta hat gerade erst, äh, ähm, bei, bei Alternate einen, ähm, einen Gasgrill gewonnen. Ist heute angekommen. Ich hab Bilder gesehen. Bin ein bisschen neidisch. Äh, das Gefühl, teuerste, längste und nervigste Projekt meiner derzeitigen Wohnung. Hashtag Cardcaster der Partway-Liste. Hm, okay. Äh, also bei der Ankündigung hab ich jetzt aber mit was Bombastischem gerechnet, weil ich ehrlich bin. Will dich nicht, ich will dich nicht triggern. Ähm, das ist eine etwas ältere Tastatur von Rocket. Die hat noch diese Standard große Handballenauflage mit dabei. Die war bei vielen Leuten sehr, sehr, sehr beliebt. Ähm, ich bin damit nie so richtig warm geworden. Ähm, das rote NT-USB, das wird mit diesem kleinen Dreibein geliefert. Stand bei mir, ich hab das ja am Anfang auch genauso benutzt, das war immer im Weg und das war sehr kopflastig. Also du musstest aufpassen, dass du nicht anstößt, weil sonst kippt das Mikro auch gerne mal um. Äh, dann die Cam hängt hier an diesem, ähm, ich nenn's jetzt mal China-Stativ. Das ist so ein ganz günstiges Stativ, das hier noch mit an den Monitorhaltern angebracht wurde. Ähm, wenn du etwas, etwas, ein etwas minimal schwereres anhängst, äh, dann gibt das Ding auf. Also ich hab davon zwei verschiedene und die waren, die waren, die waren bei mir, waren die nicht gut. Also, jetzt mal, das Gefühl, teuerste, also teuerste, okay, längste und nervigste Projekt, also, hm. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ihr möchtet uns jemanden triggern. Chat, was löst das in euch aus? Ja, das ist, wie es ist. Das ist, wie es ist. Aber wie da Adjektive wie längste und nervigste reinkommen, ich glaube, Wut Eraser hat einfach eine andere Schmerzgrenze. Also, ich glaube, in meiner Welt ist das hier eine halbe Stunde aufbauen. Aber, vielleicht ist Wut auch, äh, noch nicht so, äh, Firmen da drin. Okay, äh, Netgear, Switch, sehe ich hier, ähm, ja, das Übliche halt, ne, Laptop. Ich hab, meine, ich hätte, ich denke, das ist ein Astro-Headset, ähm, das Standard, äh, Stream Deck. Ein Handy als, äh, Cam, hier von der rechten Seite. Äh, Wut Eraser, wenn du, wenn du, wenn du da mal Tipps brauchst, na, wende dich, also vertrauensvoll um unsere Discords, die können dir da bestimmt helfen. Kabel sind ja überall, halber Dschungel, ja. Schon krass. Hm. Also, ich, äh, ich möchte einfach, glaube ich, nichts sagen. Ich, also, ich find's cool, dass du die Sachen hier gepostet hast, ganz ehrlich. Ja. Ganz ehrlich. Richtig cool. Und genau deswegen sag ich dazu einfach nix, weil, äh, ich denke, dass, dass alles, was da zusammengebaut wurde, sich selber angeeignet wurde und ich möchte das nicht diskreditieren mit meinem Kommentar. Ja, deswegen wertschätze ich das, dass du Lümmel das, äh, gemacht hast und dich da durchgewühlt hast. Ja. Ich glaube, hier ist sehr, sehr viel Potenzial, was das Kabelmanagement angeht. Das funktioniert. Ja, ey, meine Setups haben früher auch mal funktioniert, aber wehe, du hast dann irgendein Störgeräusch auf deinem Kopfhörer oder noch schlimmer über dein Mikro, äh, beim Stream oder bei der Aufnahme mit drauf, dann fängst du an zu suchen und du weißt nicht, wo du es her hast. Dann fängst du, also, ne? Okay. Äh, ich hab versucht, zumindest die Video-Audio-Signale per NDI an den Laptop zu senden, das hat sich als weniger Kabel daraus gestellt, äh, Hardware-Lösung gehen muss, äh, Portierung, Laptop, dann los. Okay, okay, nächste, nächste, nächste. Hardware-Liste, einmal ganz kurz rein, ist ein Ryzen 1700X, also auch erste Generation, noch ein B350F-Mainboard, noch eine 1080 Ti. Ah, drei angeschlossen. Ja, ich, ich hör schon raus, wir gehen ja schon weiter. Naja, also, nee, ich mein, läuft doch im Sinne von, 1700X ist doch immer noch in Ordnung, also, das mein ich. Absolut, ja, absolut, absolut. Es ist 19.12, deswegen, also, oh ja. Ja, ja, wir müssen ein bisschen Gas geben, ich versteh schon. Da haben wir sie wieder, PC auf dem Tisch. Mhm. Ja, du hast recht, das nimmt eine Menge Platz weg. Ja. Du, also, wenn ich eins gelernt habe, Alex, in diesem Podcast von dir, ist es Toleranz, dafür zu entwickeln, wie Menschen ihre Schreibtische gestalten. Ja, ich möchte das Fass nicht öffnen, schön sieht's aus. Es fällt mir schwer, das zu sagen, aber schön sieht's aus. AeroCool RGB Gaming Tower, Python, das gleiche von, gleiches, gleiches Netzteil von der gleichen Marke, 700 Watt Netzteil, ja, alles klar, okay, Abfahrt, i9, 9900K, CPU mit drin, be quiet, äh, Pure Rock Slim, 32 Gigabatt Arbeitsspeicher, auch ein Schneeflöckchen. Ähm. Also, meins wären solche großen Lüfter vorne drauf, so Turbinen-mäßig nicht, aber ich verstehe die Ästhetik dazu, also, wenn man darauf steht, findet, also, und das dann auch noch vielleicht programmierbar ist, dass das so, so, Wechsel hat, es kann schon was haben. Ich finde auch diese roten Kabel, die wir hier sehen, irgendwie interessant, die so absichtlich zu sehen sind, weißt du? Ja. So, das ist so, ja, hier sind halt rote Kabel, und das muss so sein. Das ist eine schöne Note. Mhm. Cool. Okay. Kopfhörerhalter, super. Kopfhörerhalter sind immer super. Ich bitte dich. Hier unten, am Bildrand. Das ist auch, das ist auch, beide, haben wir ja beide doch so ein Ding. Machen wir uns lustig? Absolut nicht. Würde mich, wenn ich mich lustig machen würde, würde ich was völlig anderes sagen. So, also, also mein persönlicher Geschmack ist es nicht, wenn man so ein Schachparkmuster benutzt, aber das ist halt so ein Stilmittel und so ein Design, was man schon von total früher her kennt, mit diesem Schwarz-Weiß-Kacheln, die man auf dem Fußboden hatte, und das ist einfach nicht mein Ziel. Also, da habe ich nicht so Bock drauf, für mich persönlich. Aber, ähm, wenn das, wenn man das so absichtlich macht für sich, um da ein bisschen Struktur reinzubringen, ein bisschen Unterschied reinzubringen, ganz klar. Richtig cool. Man braucht nicht zwingend die ganze Wand so zu kleistern. Ich habe das vorher auch so gemacht. Ich habe das auch für mich erst gelernt, dass es reicht, wenn man nur gewisse Stellen mit den richtigen Sachen, ähm, halt aus, äh, kleistert oder, äh, festmacht, wie zum Beispiel eine Bassfalle in die Ecken zu stellen oder die, die Ecken halt, äh, dicht zu machen, damit man diese, diese tiefen, ähm, Schwingungen halt abfängt, sowas in der Richtung, weil das hier wird halt, äh, hauptsächlich nur, ähm, ja, auch die, die, die Höhen ein bisschen, ähm, bisschen rausnehmen. Und was wir vorhin auch in dem Video nochmal gehört haben, war, wenn du, wenn du zum Beispiel einen Raum hast, bei dem du auch der Schall von der Rückseite, äh, reflektiert werden kann, macht es, und da könnt ihr auch gerne Ranzarte und solche Leute mal fragen, ähm, da macht das, und auch E-Guy natürlich, ähm, sehr viel Sinn, dass man auch solche schallschluckenden Elemente hinter sich anbringt, ähm, die dann sozusagen da den Schall einfangen, beziehungsweise ein bisschen zerstreuen. Also hier in dem Fall möchte ich mal in den Raum stellen, da das Ästhetik ist, weil das ist genauso lang wie der Schreibtisch, rechts und links. Ja. Ja, absolut. Ich glaube, es ist, genau, hier steht auch, es ist nur Optik, Dämmung und Schallschutz, und, äh, Schallschutz ist, äh, Zwischenwand. Ich hab das, ich hab das bei mir ähnlich, ähm, ich hab, als ich meinen PC auf der anderen Seite hab, hab ich da so Pyramidenschoppenstoff in weiß, also lichtecht, also, ne, dass der nicht gelb wird, an die Wand angebracht, und ich wusste in dem Moment, als ich das da anbringe, das wird akustisch gesehen minimal was bringen, aber es sieht halt geil aus, weil keiner hat solche weißen Pyramiden, äh, an der Wand hängen und dann auch nur so in dieser, wie so eine Bordüre, so in der Größenordnung, in der Höhe. Und ich hab das auch bewusst an der Wand gelassen, weil ich das immer noch sehr cool finde, auch wenn ich's jetzt gerade natürlich so jetzt nicht wirklich nutze, ne, sehr cool. So, next, wir haben, wir haben, wir müssen ein bisschen Gas geben hier, so, hier wurde am 20. Juni was gepostet, ähm, Tobias, ich wette, mit dir ist von dir. Warum? Zwei PC-Setup, ein Bauchgefühl. Oh, dieses Ding, ey, dieses, äh, Kos, Kosmos, oder wie auch immer das heißt. Du meinst diesen Sternenhimmel? Ja, 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 ja. Das hab ich jetzt aber schon mal bei ein paar Streamern gesehen, die auch relativ dicht vor der Wand sitzen, dass die hinter sich irgendwas, egal was, dranwerfen, das bringt so ein bisschen Bewegung rein, äh, das, das kann aus der Kameraperspektive auf jeden Fall sehr, äh, irgendwie, da ist Bewegung drin, da ist, da ist was, weißt du, so wirken. Oh, das Mr. Cat ist von mir, alles klar, okay, sorry, hallo. Ähm, dickes Ringlicht. Ich überlege gerade, ob ich mir das hier mal so an die Decke, Zimmer, so ein Ding. An die Decke, damit das nach unten, ja, bratzelt. Ja, na, geht ja einen ganzen Raum, quasi. Also ich hab mal so ein ganz einfaches, äh, Gerät, äh, geschickt bekommen von jemandem und das benutze ich jetzt immer zum Testen, ob irgendwo Strom drauf ist auf einer Steckdose, wenn ich die schalten möchte und, äh, das ist, äh, führt immer wieder zu der Frage, Alter, was hast du denn da? Weil das ist halt so ein bisschen drüber, so ein ganz kleines bisschen drüber ist das immer. Ja, aber das wird wahrscheinlich nicht einstellbar für Farben sein oder so? Nein, das hat genau zwei Einstellungen, ein und aus. Ah, okay, deiner, ja. Hm. Ich find die Dinger eigentlich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Aber ich find so ein gebranntmarktes Kind, weil das ist so ein, äh, so ein Produkt, damit wird, wie sagt man, wie heißt denn der Scheiß? Will ich einkaufen, teuer verkaufen? Wie heißt denn das? Ähm. Ramsch? Nee, wie heißt denn dieser Begriff dafür? Wucher? Nee. Chat, help. Dropshipping. So. Dropshipping. Okay, weiter. Jetzt fertig. Das ist Dropshipping. Die kaufen das halt für 5 Euro bei Alibaba ein und verkaufen das für 50 bei Amazon. Dann kaufst du das doch bei Alibaba. Ja. Kann ich ja. Dann. Ähm. Zwei Monitore. Einer ist hier komplett auf der linken Seite über dem Gehäuse, der andere direkt vor, gerade vorab. Äh, Ringlicht, durch das Ringlicht, eine ganz kleine, ähm, 1029 sehe ich hier und hier vorne sehe ich noch eine Cam mit fetterem Objektiv, also es ist nicht das Keto-Objektiv mit drauf. Star Wars Fan, hier oben sehe ich noch irgendwie so eine, so eine, so eine Knarre, keine Ahnung, ob Replika, äh, oder Airsoft oder was auch immer halt irgendwie, dann ganz viele Bubbleheads meine ich hier zu erkennen. Ja. Okay. Ich mag das, wenn Gehäuse beleuchtet sind, aber nicht per RGB. Das war, das war eine Zeit lang, war das mal so in Anführungszeichen modern und jetzt ist das wieder so, und jetzt sieht man das wieder, wieder häufig, auch wenn das jetzt vielleicht nicht das neueste Gehäuse ist oder sowas. Ich, ich mag sowas. So, zweite PC natürlich dann mit RGB, hier ein Strix Mainboard mit drin, äh, RGB Arbeitsspeicher, Kompaktwasserkühlung, fettere Grafikkarte, also ich würde sagen, der hintere ist der Gaming-PC. Ist auch der neuere. Mhm, ja. Denke ich auch, würde ich auch vermuten. Ist das, Moment, hast du, hast du, hast du, ist das für die Füße, dann, dass du so dich komplett ausstrecken kannst und dann kannst du deine, deine Füße nach vorne machen und dann hast du noch so eine, so eine Decker, damit nicht kalt wird? Ja. Okay, cool. Das könnte ich bei mir gar nicht. Ich hab so, also ich könnte das bei mir nicht, warte mal. Da ist ein Loch am Tisch für ein Stativ für das Ringlicht. Äh, ja. Nice. Sieht so aus, ne? Ja, 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 schöne Lochbohrung, damit das da durchgeht. Ja, Moment, manche Tische haben ja so eine, ähm, so eine, so eine Kabeldurchführungsbohrung schon mit drin und die, die ist vielleicht, ist vielleicht gar nicht selbst gemacht worden. Kann sein, kann sein, stimmt. Aber, aber hier, ne? Ganz klar. Ah, selber gebaut. War Absicht, alles klar. Schöne Funksteckdose. Was schaltest du mit der Funksteckdose? Sieht aus wie eine Kamera. Ich würd mal Kamera sagen. Okay, ähm, Wuta, du bist ja gerade noch im Chat, ne? Also, das hier ist auch nicht super ordentlich, aber, aber hier gehen so diese Kabel von vorne nicht im sichtbaren Bereich. Vielleicht mal so ein bisschen in die Richtung. So, du musst es ja nichts machen, du kannst es so lassen, ne? Es funktioniert ja bei dir. Aber das sieht auf Anhieb ordentlicher aus. Das Licht wird da mit geschaltet. Oh, das Licht, okay. Hm. So, ich hatte recht. Nicht das Standardobjektiv. GoXLR Mini mit drin. Ähm, das wird auch wieder eine von, ich weiß nicht, was das für eine Kamera ist, ehrlich gesagt. 6000. Hat diese 6000 hier so diesen, so ein Sucher? Ja. Kenn ich gar nicht. Ich hab, ich hab die 6000 noch nie in der Hand gehabt. Eigentlich haben die nicht alle in Suche. Zumindest hat die 5100 nicht hier so ne, so ne, so ne Blende noch drauf. Also, ich würd sagen, es ist ne 6000. Das ist ne 6000, ja. Steht bei mir gerade im Chat. Ja. Das Weizen bekommt extra Punkte. Ja, okay, komm, hier sind extra Punkte. Ja, ist doch schön. Schönes Ding, schönes Ding. Und, äh, Streamer-Setup. Auch Streamer-Setup, ja. Ja. Ganz klar. So, Bad Mankind. Bearded Mankind. Hey Jim, Dizzy, gern mal Feedback geben. Bitly Link. Ist ein Google-Doc. Twitter-Lead. Ein Raw-Bild. Ah, den Hardcast. Das ist der erste, der heute ein Hardcast-Setup, äh, also den Hardcast aufruft, während wir uns das angucken. Äh, puh, äh, puh, äh, puh. Ja, was dann? Also, es ist schön. Ich würde permanent in das Gehäuse treten, aus Versehen. Also, ich vermute, dass Bearded Mankind sehr klein ist. Vermute ich. Also, so Meter siebzig, oder was? Oder er ist einfach der, äh, spagatigste Man-Spreader, den es gibt. So kann ja sein. Oder, jetzt kommt aber auch noch eine weitere Theorie. Oder, er ist ein Schneidersitzer. Weil, also, ich würde da, ich glaube, ich hätte das Tempered-Glas schon durchgetreten. Ich wäre schon im Arbeitsspeicher drin. Und hätte ihn rausgezogen mit einem großen C. Ähm, die Lampe hier, die neben der Cam sitzt, um sich selbst zu beleuchten. Äh, ich hoffe, man kann die wirklich krass dimmen. Ähm, hier würde ich, hier würde ich auf Anhieb noch irgendwas vormachen. Irgendwas, ein Blatt Papier, oder wenn man hat so ein, so ein, es gibt so Frostfolie, die man einfach davor klebt oder so, ne? Dann, dann wird das Licht viel diffuser. Und, ähm, es ist überhaupt nicht mehr so hart und nicht mehr so richtig grell, ne? Also, nur mal so, 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 so Kleinigkeiten mal so. Weil ich hab das auch am Anfang genau so gehabt mit so einer Lampe, wo ich dann auf die Lampe geguckt hab. Und das war immer zu krass, das Licht. Du hast, das war auch immer, meine Kamera war noch so fein eingestellt. Und es war immer überbelichtet. Also, es war immer so, du hast immer so die, so diese, so die Highlights halt zu krass gesehen. Da gibt's übrigens, äh, da gibt's einen Trick, by the way. Äh, die Lampen sollten an eurem Kopf vorbeigehen. Dann guckt man da auch nicht rein. Ist wirklich so. Nur mal so nett gemeint, die Leute richten ihre Lampen immer so auf die Augen aus. Wenn du aber an deinem Rechner sitzt und die Lampen an dir vorbei, äh, äh, packst, dann hast du die nur in der Peripherie und blendest dich damit nicht. Das werd ich bei mir auch nochmal ausprobieren. Ich werd, werd mein, mein Lichtsetups nochmal komplett ein bisschen anders machen. Weil ich find das bei mir auch zu aggressiv manchmal. Also, weil, also ganz, ich hab oft Menschen, die mich fragen, ob mich das, äh, leuchtet, weil meine sind schon ziemlich hell eingestellt und mich stört das nicht, weil die halt an meinem Kopf, also so quasi oben drüber gehen. Und dann guckst du da halt nicht rein. Außer du guckst jetzt wirklich so rein. Selbst wenn ich jetzt hier drauf gucke, äh, hab ich das Licht nur, also ich nehme das Licht hier wahr ungefähr. Und nicht in meinem Auge. Und ich hab den ganzen, ganzen Chat da, kann alles sehen. Hm, okay. So ein bisschen näher dran. Ähm, Rocket auf jeden Fall. Tastatur. Brillenträger. Brille? Ja, wegen dem Tuch. Ja. Hochkantmonitor, ja. Tarkov später auf jeden Fall. Ja, ich hab's gerade auch. Ich hab's gerade, äh, wie Tarkov, haben wir schon wieder eigentlich was übersehen? Ich mag diese, äh, ich mag übrigens diese Wandbeleuchtung. Ich find's ganz cool. Ich weiß nicht warum, das ist mein... Ich hab eben gerade gedacht, das sind Boxen, Jim. Und in der Mitte Boxenkabel. Oh, Mann. Nee, das ist, äh, Licht. Richtiger Eins-Hand. Da kommt Licht raus. Oh, Mann. Richtiger Eins-Kopf. Aber guck mal, hier ganz unten rechts, äh, ich weiß nicht, ob ihr das im Chat sehen könnt, weil... Nee, ich bin noch... Ich bin davor. Nee, ich bin nicht davor. Hier noch eine weitere Beleuchtung, um sich noch weiter aus, äh, quasi zu beleuchten oder den Hintergrund zu beleuchten. Vielleicht wegen Greenscreen oder so. Ja. Ich hab am Anfang, als ich meinen ersten Greenscreen aufgebaut habe, da hab ich, äh, eine Lampe von rechts, eine Lampe von links und dann waren meine unteren Bereiche, weil mein Greenscreen auch viel zu weit hinter mir weg war, ähm, was ja gut war, weil ich viel Bewegungsfreiraum hatte, hab ich noch mit zwei weiteren Lampen unten beleuchtet, so, oder? Damit ich möglichst wenig Spill und so weiter halt irgendwie habe. Das ist doch super. Sehr, sehr cool. Äh, das ist übrigens ein Jotto Professional USB-Kondenser-Mikrofon. Okay. Äh, ich kenn's nicht, deshalb lese ich's gerade vor. Und als Kopfhörer sind es die Biodynamic, äh, Custom One Pro Plus Kopfhörer. Ich kenn die vom Namen her, die hab ich aber selber noch nie in der Hand gehabt. Ja. Sehr schön. Ich find das L-Bracket find ich so geil in meiner Kamera. Schon, ja. Aha. Ähm, das ist übrigens mal zur Ausnahme eine EOS-Kamera, eine EOS M50 Facecam. Und das Objektiv ist ein Canon 15 bis 45 Millimeter-Kit-Objektiv. Okay? Schön. Ist doch gut. Sehr geschick. Greenscreen ist ein Rollo an der Decke. Ich hatte recht. Greenscreen. Nice. Schön. So nämlich. Hab ich auch noch. So, next. Next. Flow to be. Sehr gute Flow. Schreibplattenspieler am Schreibtisch. Geil. Eine Zapfanlage am Schreibtisch. Und was noch viel geiler ist, Überwachungssystem am Schreibtisch. Und was noch viel geiler ist, meine unterschriebene Autogrammkarte. Ah. Der Kopf bin ich. Ja, ich weiß. Will Setup. Also viel auf einmal, aber doch irgendwie aufgeräumt. Und der Bildschirm, was ich geil finde, ist der Bildschirm rechts. Ich glaube, das ist ein Touch-Bildschirm. In irgendeiner Form. Das ist so ein USB-C-Monitor. Der ist nicht Touch. Ich kenne den zufällig, weil der in einem Video von Skate 702, den kennst du wahrscheinlich auch, der hat genau über diesen Monitor letztens erst ein Video gemacht. Den hat er sich nämlich noch neben seine Kamera gebracht. Und das ist ein USB-C-Monitor. Okay. Cool. Aber sehr wild, ne? Also wirklich sehr wild. Aber es wirkt, obwohl so viel da drauf ist, inklusive hier noch der, in Anführungszeichen, alten Anlage. Ey, ohne Scheiß. Denon-Lautsprecher. War das bei euch auch so? Wenn du eine Anlage von Denon oder wenigstens Lautsprecher hattest, dann warst du der King? Ja, früher. Ja, genau. Und das Ding wird auch Wumms haben. Der Sitz ist halt aber auch einfach sportlich. Also da würde ich schon sagen, älterer Herr steht auf gemütlich, lässt sich gut gehen. Finde ich schön. Ich finde das sehr krass. Ich glaube, er ist Raucher. Da liegen Giese Papers. Okay. Gehen wir nicht zu weit ins Detail. Ich sehe halt einfach immer Dinge. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich war raus bei der Zapfanlage. Ich trinke kein Alkohol. Ich auch nicht. Aber hier der Sessel ist wirklich hardcore. Das ist geil. Ich könnte, wenn ich an so einem PC spielen oder arbeiten müsste, könnte ich auf so einem Sessel nicht sitzen. Naja, will ich schlafen, glaube ich, die ganze Zeit. Immer schön wecknacken. Aber was ich noch viel geiler finde, ist, glaube ich, dass er die Anlage an dem Mischpult dran hat und den Scheiben, äh, Schallplannenspieler auch noch irgendwie am Mischpult oder so. Möglich. Das ist cool irgendwie. Fancy. Oh, das, hast du, guck mal das Mikrofon oben. Hast du es schon gesichtet? Ja, das hier über dem Mischpult, ja. Ja, 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 geil, 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 geil. Bei solchen, bei solchen Mikrofonen, ich finde die Idee grundsätzlich sehr gut, weil bei der Umsetzung, ich habe noch keins, ich habe mir bei YouTube, gucke ich mir so, so Reviews davon an, ich habe noch keins gehört, was, was so wirklich dann in Anführungszeichen überzeugt. Für den Normalanwender von, hey, wir zocken ein bisschen zusammen, wir labern ein bisschen dabei, reicht das völlig aus? Ja. Zum Broadcasten nicht so. Aber schick, ja. Also, wie du schon sagtest, ne, erstmal sehr viel auf sehr wenig Platz, aber irgendwie wirkt es dann am Anfang sehr chaotisch, aber dann doch wieder nicht, ne? Ja. Schönes Ding. So, nächste. Ist leider nur ein Bild. So lässt es sich aushalten, ja. Uiuiui. Ey, das war falsch. Ja, das war falsch, aber wir kommen da hin. Hardcast Setup. Izzy, meinst du so, PC auf einem Regal, Schreibtisch ist nur 1,40 Meter. Ja. Cool. Ja. Sehr cool. Mein Monk ist ein bisschen getriggert, da kann er jetzt wahrscheinlich nichts für. Das Regal geht jetzt in, also, das Regal quetscht sich so zwischen die beiden Monitore, aber wenn man nur diesen Platz hat und nur das Regal so bekommt, verstehe ich, das ist... Nee. Guck unter den Tisch, links ist noch ein Schrank. Links unten ist noch ein Schrank. Und dadurch sitzt er mit seinem Stuhl weiter rechts und hat das dann dementsprechend angepasst. Also, ich sage, das ist hier so ein Ikea-Regal, das, wenn man sich die Anleitung durchliest, stärker belastet wird durch den Computer, als man eigentlich dürfte, weil ich meine, die sind nur bis 10 Kilo und der Computer wird mehr wiegen als 10 Kilo, aber egal. Das hält ja. Und ich sage, das Regal gab es nur in dieser Größe und dann nimmt man halt in Kauf, dass sich das zwischen die beiden Monitore quetscht. Regal ist vom Bauhaus für 30 Kilo. Ist das Ketzer? Ketzer steht unten links in dem Schrank in der Ecke. Okay, wir finden es raus. Sehr nice. Ist super schön. Also, ich finde, für den Platz finde ich das auf jeden Fall Hammer. Also, ich möchte jetzt hier nicht als der Anzweifler und der Frevler irgendwie hier so hingestellt werden. Ich finde das sehr cool. Also, für den Platz mal eben da so reingesmasht, finde ich das wirklich sehr geil. Unten links steht ein Schrank, Jim. Also, bei mir, ich sehe hier nur schwarz, ganz ehrlich. Ja, das ist der Schrank. Der gehört zum Schreibtisch. Sag ich doch. Sonst würde der, sonst hätte der den wahrscheinlich an die andere Wand rangemacht. Ey, für 1,40 Meter, das ist halt wirklich, und das hier ist halt immer das beste Beispiel. Das ist ja das, was ich sage. Menschen denken nicht vertikal. Sie denken immer nur in Fläche. Wenn sie aber keine Fläche haben, sollten sie vertikal denken. Was mir hier echt gut gefällt, ist, dass man halt von dem Kabelmanagement so gesehen nichts mitbekommt, weil das alles hinter diesem, ich sage jetzt mal, Deckbrett herläuft oder seitlich, wie auch immer. Ja, das ist wirklich schön. Wirklich. Ist cool gemacht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, für den kleinen Raum ist das für mich heute das Schönste, was ich gesehen habe. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich finde es gut. So, next. V-Ram. Uh, V-Ramzy. Hardcore Setup. Wir fangen erstmal untenrum an. Ja, erste Bild direkt, direkt erstmal, schauen Sie, schauen Sie meine Kabel. Und alles an einer Steckdose, V-Ram. Was soll das denn, Mann? Das explodiert doch alles, mein Jung. Da stehen Chemikalien unten. Ich würde fast sagen, Custom Loop irgendwo. Wollte ich gerade auch sagen, Wasserkühlung vielleicht. Auf jeden Fall eine sehr stabile Base von dem, äh, von dem, von dem Schreibtisch hier. Ja, das ist noch richtig Stahl. Das ist so. Ja. Nächste Bild. Das hat, also jetzt nicht böse gemeint, das hat auf den ersten Blick sowas wie, ich bin halt in diesem Zimmer aufgewachsen. Oder? So Jugendzimmer, oder? Na, ich meine, 95er Baujahr. Wie alt ist er jetzt? 26? Ja, vielleicht wohnt er mit 26 noch bei seinen Eltern, studiert, oder weiß der Geier, ist doch okay. Scheißegal. Und wenn es ein Studentenzimmer ist, ist doch, ist doch, ist doch ja. Ja, na, meine ich ja. Aber jetzt überlege ich mal bitte, du hast keinen Platz und du baust dir trotzdem neben deinem Bett und deinem Zocktisch, PC, Arbeitsecke, baust du dir noch einen Rig hin. Wie krass. Und dazwischen ist noch ein 3D-Drucker, by the way. Ja. Da kann ich nur eins sagen, meine Damen und Herren, das passiert, wenn du Passion für etwas hast und dir die Ausrede, ich hab keinen Platz, einfach nicht passt. Und ich wette mit dir, irgendwas ist irgendwo eingekürzt. Das hat nämlich bei uns aus dem Team, hat das auch einer gemacht, der hat seinen Schrank um 20 Zentimeter zersät, damit er dann ein Racing Racken kriegt. Sehr krass. Ich find den Fernseher über dem Bett halt auch noch geil. Mhm. Find ich gut. Würde ich, äh, würde ich Nackensteife kriegen. Wenn du, wenn du hier, sag mal, du liegst ja auf dem, du musst ja offensichtlich mit dem Kopf in die andere Richtung liegen und mit den Beinen zu dem Fernseher, right? Denk ich. Ähm, wenn, also wenn, wenn du den, wenn du so flach guckst, dann hast du, musst du immer den Kopf komplett anwinkeln. Vielleicht liegt er seitlich. Vielleicht ist er Seitenlieger. Ich glaube, er ist Seitenlieger. Ist gut möglich. Ja. Noch kurz für den Flex. Mhm. Ryzen 3, 5, 5, 7, 7, ah ja. Da fehlt 9, mein Freund, da fehlt 9. Für den Flex. Wow. Find ich gut. Fühl ich. Wow. Unglaublich schön, VRAM. Wenn das Geld nicht so das Problem wäre, würde ich auch viel mehr machen. Ja und nein. Wenn, das ist so, wie wenn du über Streamer-Setups irgendwie so redest und, und wenn einer reinkommt und dir irgendwie sagt, von wegen hier, guck mal da, ne, dein ganzes Setup kostet 10K, 20K oder sowas. Die wenigsten Streamer kaufen sich halt, die wenigsten Streamer, die wenigsten Streamer kaufen sich halt ein Setup einfach so für 20.000 Euro, sondern bei den meisten wächst das halt über viele Jahre an und dann wird hier was gebaut und da was geschraubt und hier was dazu geholt und da was geändert und da wieder was zurückgebaut und da was Neues und so, ne. Und dann kommt irgendwann halt sowas raus und wenn dann einer reinkommt und sagt, ah, du hast doch ein ganz schön fettes Setup hier mit 20k, ne, so ganz schön teuer. Dann denkst du dir halt auch so, naja, das ist halt nicht so immer so gewesen. Ich hab halt am Anfang auch einen PC gehabt und hab ne Kamera draufgestellt und bin live gegangen, ne. So halt. Er schläft im Schneidersitz, ja. Okay, nächste. Muss ich mir ein bisschen Gas geben, ich weiß nicht, wie viele noch kommen. Äh, Mumpitz, mein Setup, 8700K, 3080, dreimal Dell, GoXLR, Daki Mini. Oh, Daki-Tastaturen. Beleuchtet. Das fette GoXLR, drei Monitore. Kann man auf dem ersten Bild fast gar nichts erkennen, ne? Nee. Oh. Wieder diese. Founders Edition. Founders Edition, beste Edition. Ich bin ein großer Freund der Founders Edition Karten von Nvidia. Äh, Corsa Kompaktwasserkühlung, äh, wieder die üblichen, äh, RGB, äh, Lüfter. Die Founders Edition mit dem typischen, äh, mit dem typischen Adapter für den Strom, weil, ne, wegen, wir haben ja jetzt nur noch da so einen 12-Pen-Anschluss drauf. Ich meine, jetzt wer 12 bin. Ich hab mich ja, wusste es gestern auch schon nicht auswendig. Das Gehäuse ist auch Aspach-Alt, glaub ich. Warum? Weil oben noch, weil oben noch CD-Laufwerke drin sind. Ja, aber die haben, das haben viele Gehäuse halt noch, ne? Ich glaub, so viele haben das nicht mehr. Ja, also wirklich, ich glaub, so viele, so viele Gehäuse haben das nicht mehr. Oder? Also ich bin da überfragt, aber, also ich sag mal so, die, die feinen Gehäuse, die ich noch habe, die auch schon ein paar Jahre alt sind, geb ich ja recht, die haben das alle noch. Die haben noch die Laufwerksgehäuse. Und dann nimmst du meistens hier, im unteren, vorderen Bereich, nimmst du noch irgendwie so Laufwerkskäfige weg für so HDDs. Könnte das sogar ein Fraktaldesign sein? Nee, das, mein Lieber, ist ein Corsair Obsidian 850D. Alles klar. Corsair, schreibt er, ja. Gehäuse ist vier Jahre alt. Ja. Vier Jahre, vier Jahre ist, vier Jahre ist. Das steht hier auch an einem Tisch zweimal. Schick. Schick, schick, schick. Schickt uns auch gerne dann nochmal so ein paar Tagsüberbilder, ne? Also, das sieht cool aus. Nein, jetzt mal ohne Spaß, das sieht wirklich cool aus. Hier auch, ne, guck mal hier, der Monitor hier auf der linken, dass der hier unten noch so diese, hier auch noch mit RGB hat, so mit dabei, ne? Ja. Aber es gehen halt echt viele Details auch so ein bisschen verloren. Ich finde so das Gegenspiel von beleuchtet und tagsüber, also Nachtbeleuchtung tagsüber, finde ich echt schön. Oder auch mal so den Kontrast so zu sehen. Ah, schick. Vielleicht war der Schreibtisch nicht aufgerollt? Ja, das kann sein. Sehr gut. Sehr schön, Mumpitz. So, next. Äh, McBlade? Rennfahrer. Immer diese, diese Raser hier. Nimmt langsam Überhand hier im, 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 im Stream. Der MacBook Flex gefällt mir. Dass Twitter mir das Bild nicht geben will, gefällt mir. Oder so. Schön. Minimaler Platz, alles rausgeholt. Oh, wo kommt denn die Inspiration her, das Notebook noch mit da so hinzuhängen? Ist, also würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal, ja? Weit verbreitet bei DJs und so, ne? Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Ist es auch, weil, äh, Hotters da sind hier, also Flugzeug, äh, Kram und ACC. Würde ich fast sagen, würde ich fast sagen, so ein, so ein, äh, E-Guy, äh, E-Guy-Dizzy-Crossover, würde ich jetzt mal vermuten. Mhm. Schön, das Gehäuse. Zahlmann. Also ich würde fast sagen, könnte das ein Zahlmann sein? Ich würde fast sagen, das ist ein Zahlmann-Gehäuse. Da bin ich gar nicht so drin. Also das könnte ich jetzt nicht identifizieren, nur aufgrund dieses, ähm, ich sag mal, abgesetzten Fensters, was man hier so sieht. Ja. Schön. Aber wenn man jetzt, wenn man jetzt raced, dann nimmt man sich trotzdem das, äh, das, äh, das, äh, das, äh, das Lenkrad jetzt nochmal und packt das dann halt vor sich, ne? Klar. Ja, genau. Schön. Bei, bei dem Gehäuse hätte ich wieder das Problem, ähm, dass ich da früher oder später mit meinem Fuß drin landen würde. Also ich kann das dann nicht, ich denke da nicht dran und dann so, boah, und dann, ja, dann hatte ich mal ein Fenster. Ist das bei dir nicht auch so? Ja. Deswegen stehen die ja auch weit weg. Ich hab mir, ich hab mir so eine Man-Spreading-Area, äh, unter dem Tisch gemacht, die ist, äh. Alles klar. Die ist irgendwie 1,50 Meter breit oder so. Jo. Das rote NT-USB, PSA1, äh, Mikrofonarm, auch wieder in Biodynamik, äh, Kopfhörer, wenn ich das richtig sehe, ist hier, kann es sein, dass hier ein Mod-Mic dran ist? Ja. Ja. Schön. Nichts weiter dazu. Next. Äh, Sir Bondness. Sehr rot. Könnte man fast an Doom denken. Hardcast-Setup, keine weiteren Informationen. Ah, diese NCXT, äh, Packwasserkühlung, die auf der du, ich weiß nicht, kann man, weißt du das, kann man auf diesem Display verschiedene Sachen ausgeben oder nur die Temperatur? Das weiß ich nicht, müsste ich raten. Aber es, es sieht cool aus, es passt nur die, die Farbe nicht so ganz zu dem Rest von dem Bild, ne? Oh ja, das Gamepad ist einfach 30 von 10, richtiges Five-Head-Ding. Das Gamepad. Das ist, das ist irgendwie so, Marke Hammer, Einbau, hab ich mir bei Mediamarkt gesnackt, in der Krabbelkist, find ich gut, find ich voll gut. Ist egal, wenn's, wenn's läuft. Ja, na eben, deswegen, ja, find ich geil. Das Display kann alles darstellen, auch Bilder. Oh, cool. Sehr cool, ne? Geil, dann würde ich da mal so ein Schniedelkopter-GIF einfügen. Ich bin mir sicher, dass du das würdest. Ähm, ich glaube, das ist einer der ersten Computer heute, der die Grafikkarte vertikal eingebaut hat. Hier vorne mit bei, so ein bisschen auf Show. Ja. Ähm, dann würde das, ist das, ist das, ist das das In-Win-Gehäuse? Ist das das In-Win-Gehäuse? Also hier, ähm, Luft-Intake von, von, von quasi jetzt von uns aus gesehen hinten, also normalerweise rechte Seite. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nein, das ist ein Liam Lee. Ach, ich bin blind. Das ist, das ist natürlich, das ist das Liam Lee. Es steht ja da auch. Sehr gut. Das ist, das ist das Liam Lee-Gehäuse. Ja, schönes Teil. Also meins ist es auch da wieder nicht. Ich bin kein Freund von diesem Seite-Glas, vorne-Glas, keine, ne, kein Airflow durch diese Seiten, aber, äh, das haben sehr, sehr viele Influencer. Sehr, sehr viele Influencer, die mit Shops zusammenarbeiten oder mit Marken zusammenarbeiten, haben das hingestellt bekommen. Äh, das ist auch ein sehr schönes Gehäuse. Meins, wie gesagt, ist es nicht, aber ich, äh, ich, 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 ich weiß die Technikerin zu schätzen. Und das ist halt eben die Bauer-Edition hier, ne? Nur ein Bild. So, nächste. Timmy. Das ist mein Chat. Ah, warte mal. Ein normales Setup ohne viel Schnickschnack. Muss man mal was einfallen lassen für die Wand unterm Tisch? Da sind meistens meine Füße. Du meinst, da, da sind deine Füße an der Stelle, die so ein bisschen abgenutzt ist? Kenn ich. So sah, so sah mein, äh, meine Wand früher vom Kopf aus, als, also als ich am Kopf war. Wollte ich gerade sagen, mein, das hat mein Onkel auch, der hat sein, hat in seinem Fernseher immer sein eigenes, in seinem Fernseher, sein eigenes Fernseher gehabt und hat dann immer mit seinem, seinem Kopf immer vor der Wand, äh, 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 quasi dann, äh, Fernsehen geguckt, stundenlang, tagelang, wochenlang, monatelang. Und irgendwann sah das, sah dann so sein, der, das hinter ihm dann halt auch aus, ne? Äh, Corsair-Gehäuse hat das gleiche Gehäuse wie ich. Fun Fact, ähm, ich hab sogar noch so eine Kabelabdeckung, äh, bei mir mit drin, die, äh, in der Mitte vom Gehäuse drin, äh, im, ist. Die hat er sich nachdrucken lassen bei dem Ice-Dealer, den, 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 von dem wir in der Zeitung vorhin schon gesehen haben. Und die war bei mir noch drin, ich hab das Gehäuse ein bisschen früher bestellt als er, bei ihm nicht mehr. Ich hab das Gehäuse auch. Steht hinten in der Ecke. Sehr gerne. Aber das Mischpult ist, äh, oder der Kopfhörer-Verteiler ist schön. Ist vielleicht ein bisschen ungünstig angebracht, weil man halt nicht sieht, wie der eingestellt ist, ne? Naja, hörst du ja. Das stimmt. Entweder das fetzt dir den Gehörgang raus, oder halt, oder halt, du hörst gar nichts, oder? Richtig. Man fühlt sich ran. Ich verstehe leider nicht, was du mit, ich sehe, ich meinst. Ja, nee, ich hab auch dich gar nicht gefragt. Gut. Hast du gerade dein Navigationssystem angemacht? Willst du schon weg? Nee, mein, äh, Siri hört geantwortet gerade. Hm, hm, hm. Mach mal das Bild hier vom Computer da an. Ja, 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 sehr gut. Gut, ich wollte gerade noch sagen, äh, du kannst unten einfach vor die Wand, wenn du hast, noch irgendwie ein altes Brett oder sowas machen, äh, vorlegen oder vorschrauben oder was auch immer, dann, äh, hast du den, den, äh, Schmutz nicht mehr an der Wand. Na, Jim, welche Strecke ist das? Ist das der Nürburgring? Ja, gut. Wegen der Nordschleife da unten? Wie, da unten? Ja, ist das die, ich weiß nicht, ist das hier unten die Nordschleife? Ja. Ja, muss die da nicht nach oben zeigen? Wegen Norden, oben? Nee. Ich, ey, Digga, ich weiß es nicht. Warum heißt sie denn Nordschleife? Ja, wahrscheinlich, weil vom Nürburgring, wenn du in den Norden fährst, das die nördliche Schleife ist. Ja, aber wird die, weiß ich nicht. Ja, okay, Digga, wenn du, kennst du die Aufkleber von Sylt oder so auf irgendwelchen Autos hinten drauf? Ja. Die sind doch auch immer geografisch so aufgeklebt, dass sie nach oben in Norden zeigt, richtig? Ja. Warum ist das denn bei so Autorennstrecken nicht auch so, dass sie geografisch immer so abgebildet sind, dass sie nach Norden zeigen? Na, die Nordschleife ist oben und der Nürburgring ist unten. Deswegen wird das Ding die Nordschleife heißen, weil du fährst in den Norden raus und kommst dann wieder rein. Ist auf jeden Fall die Nordschleife, die sie... Ja, ich weiß. Also, hab ich ja gesagt, war richtig. Kennst du noch diese Tastaturen mit dem Display, die Logitech-Tastaturen? Ja, das ist so eine. Ist doch geil. Hat sich eh nicht gehalten. Ja, eben, erstmal halten die super lange und dann, früher waren die der Shit, ne? Die sind heute, glaub ich, auch immer noch der Shit. Die sind immer noch sehr beliebt, ja, stimmt. Schönes Ding, schönes Ding. Guck mal, hier so eine alte Arbeitsplatte, ne? Oder was heißt eine Arbeitsplatte halt hier mit dabei, die man mehr so aus der Küche halt kennt. Ja. Oh, da hast du auf jeden Fall Airflow gegeben. Das ist ja... Hier, und guck mal, dieses Teil hier unten, dieses Plastikteil, was hier sozusagen so aussieht, als ob der Lüfter das gerade frisst, so, ne? Ja. Das war bei meinem Gehäuse noch mit dabei. Bei mir auch. Ist jetzt aber nicht mehr mit dabei. Und da hat Corsair dazu gesagt, wir haben ja vielleicht einen Corsair-Mitarbeiter mal gefragt und der hat geantwortet, ja, bei den ersten Chargen kann sein, dass so ein paar Dinge wie das Ding nochmal mit dabei sind, die wir später in den Chargen nicht mehr mit dabei haben, so, ne? Und das können dann Sachen sein, die als Accessory noch nachbestellt werden können oder halt eben auch gar nicht. Mhm. Ja, so ein Ding. Ja, bei mir war's bei, bei dir war's bei. Ich find sowieso, also das Gehäuse, äh, ich, äh, das war auch bei, ähm, ähm, äh, bei, 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 ich wollt grad sagen, Tag of Prime. Das war auf jeden Fall bei dem Tag of Prime Days gestern und vorgestern, gab's das, äh, ein bisschen günstiger für unter 70 Tacken. Das sind sich schon kein Titel aus Gehäuse. Ich find das von der, von der Qualität her sehr gut. Ich auch. Keine scharfen Kanten. Super, äh, Kabel zu verstecken, ohne dass man sich viel Müd damit geben soll, find ich richtig gut. Find ich auch mega gut, das Gehäuse. Same, same. Hashtag sponsort, by the way. Ja, meins, meins wurde nicht gesponsert, ich hab das gekauft. Muss ich ja sagen. Ähm, Ryzen 5, 5600X, ähm, warte mal, was war denn noch als Grafikkarte drin? 5700. Die 3070. Ja, 3070. Schön, schön, schön. Ja, hier, äh, Logitech G19S. Schön. Next. Äh, Lockmask. Oh, das sieht auch wieder sehr clean aus. Äh, wir können halt noch ne Runde machen, ne? Also, wir können noch mal, äh, noch ne Zweite, die Zeit ist schon wieder... Ja, wir haben, wir haben, wir sind gleich schon wieder komplett durch. Äh, ja. Dann würde ich sagen, gucken wir uns noch so ein, zwei an und, äh, ähm, dann machen wir beim nächsten Mal wieder die zweite Stunde oder sowas voll. Ja. Ja? Ja. Chat kann, Chat kann ja schon mal Themen vorschlagen, bevor wir wieder mit unserem Standardprogramm weitermachen. Ja. Guck dir mal an, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die Leuchte fürs Gesicht, die, die, das, äh, Facelight sozusagen. Die ist noch mit Stoff überzogen, damit sie weich wird. Finde ich schön. Richtig schön diffus, finde ich voll gut. Wie heißt der nochmal hier auf der Kamera vorne auf dem Objektiv dieses Ding? Gegenlichtblende. Die Gegenlichtblende. Ich hab die am Anfang bei mir auch drauf gemacht und hab das, also ein paar Mal, also Unterschied, also drauf und nicht drauf. Ich hab bei mir keinen Unterschied gesehen. Nee, die braucht man ja eigentlich auch nur draußen, die ist zu Hause nicht richtig. Ja. Yamaha-Misch-Pult, das ist, glaub ich, das AG03, das kleine? Ja, genau. Ich bin, ich bin, ich hab das nur einmal zum, zum Ausprobieren gehabt. Ich hab mal ein Mikro getestet und hab das mitbestellt. Ich bin ein großer Fan davon, dafür, dass das so ein kleines, einfaches Gerät ist. Sogar mit Software noch ein paar Sachen einzustellen, find ich echt schön. Ja. Aber ob es jetzt nur Gutes gehört von, von dem, äh, von dem Ding. Oh, guck mal, dass die Kamera, die hängt an einem Mikroarm. Und liegt auf dem Monitor auf. Ja. Und auf dem Monitor ist irgendwas zum Schutz drüber. Würde ich niemals machen. Nein. Äh, dieser, nee, Moment, 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 Moment. Der Schutz, den hast du links, oben, unten, unten, überall auch. Ja, richtig, aber er hat seine Kamera da drauf abgelegt. Das ist die Monitorhalterung. Würde ich auch nicht machen, weil ich auch Angst hätte, wenn das mal runterrutscht und nachgibt, dass, dass mir das Objektiv irgendwo draufschlägt oder die Kamera irgendwo draufschlägt, aber it's not stupid if it works, ja? Ja, na klar. Also, natürlich. Das möchte ich damit nicht sagen. Also, ich, ich würde es nur nicht machen. Sam, rode, rode, ähm, äh, die ganze hier, sag schnell, rode Mikrofon. Das Ding nennst du übrigens Weser-Adapter. Was da hinten dran hängt. Das ist ein Weser-Adapter. Hat gerade jemand im Chat geschrieben. Der, der, das Ding würde wahrscheinlich keine Weser-Halterung haben. Ja, und dann holst du dir eine Mondhalterung, die, äh, ja, ich verstehe. Ja, cool. Auch, hab ich auch nicht gewusst, dass es das gibt. Krass, das ist das nicht, oh, soll ich dir was sagen? Ich glaube, wir sind doch durch, weil ich bin mir... Ja, das Mowre fehlt noch. Also, nach Code Wizard, glaube ich. Ja, 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 ja. Äh, SH? Genau, ich glaube, das ist es. Doch, das haben wir auch gesehen. Das haben wir auch schon gesehen, ja. Das haben wir auch schon gesehen. Hier mit dem, mit dem, mit dem Dell. Ja, und dann haben wir tatsächlich alle gesehen. Schöne Runde heute auf jeden Fall. Hat mir sehr gut gefallen. Also, waren wirklich echt klasse Dinger dabei. Also, auch um, äh, ein paar Inspirationen zu holen. Ja. Ich hab auch so ein, zwei Sachen in meinem Kopf hin, gerade so ein bisschen, so ein bisschen, wo ich denke, so, hm, da könntest du ja nochmal. Da kann man nochmal ran. Da könnte man nochmal ran. Das sehe ich auch so. Deins fehlt noch. Gib mir das mal eben in den Chat, bitte, Mr. Spike. Einmal einfach in den Chat posten, dann suche ich nicht lange. Wenn du jetzt, wenn du jetzt refresht, dann sind oben noch ganz viele, die wir vergessen haben. Lass dich darauf jetzt nicht ein. Lass dich nicht drauf ein. Lass dich nicht drauf ein. Wir nehmen nur das von Mr. Spike. Nur wenn er das in den letzten zehn Sekunden in den Chat postet. Nein, nimm das nicht an. Das müssen wir, wir müssen dann alle machen. Wir gucken beim nächsten Mal die anderen. Na, dann lass doch Mr. Spike auch beim nächsten Mal machen. Aber, aber, aber. Jim, don't do it. Öffne sie nicht die Dose, dann sitzen wir hier in zwei Stunden noch. Da sind, ich weiß noch, dass da viele mehr sind oben, die neu sind. Trust me, Jim. Schade. Ja, es tut mir leid, der Link ist halt, also, der Link ist halt zu alt. Sorry. Also, ne, kein Ding. Ah, jetzt Nordschleife und, äh, okay. Ich sehe es auch gerade den Link, warum die Nordschleife, Nordschleife heißt und wie das Ganze alles heißt. So, mh, okay. Ist im Norden, ne? Mhm. Alles klar, danke. Äh, Mr. Spike, wir gucken uns dein, 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 ähm, also, ich würde es mir angucken, aber mein Kollege meint, wir kommen jetzt mit der Zeit nicht so ganz klar und ich gebe ihm da extra extrem recht, sorry. Das, das Ding ist, ich weiß, dass da oben noch viele mehr sind, wenn wir es jetzt vereinen. Aber er hat seins vor drei Wochen gepostet. Vor drei Wochen? Ja. Okay, los. Wir nehmen, ich nehme den Hass, äh, ich nehme den Hass auf uns. Los. Vor drei Wochen. Wir schalten noch einmal exklusiv. Auf drei Wochen. Setup. In die, in die Szene um. So. Mr. Spike. Einige sagen, ich habe einen NASA Station. Hashtag, äh, Hardcast Setup. Ja, shit. Also, wenn man so einen Claim macht, ne, dann müssen wir auch gucken. Also, erstmal eine Million Monitore und sogar noch ältere, vier zu drei, also, ich behaupte immer ältere, vier zu drei Geräte, ja. Auf den ersten Blick sucht man erstmal einen Punkt, an dem man sich orientieren möchte, weil hier so viele Displays zu sehen sind. Holy Schnitzel. Beringer Mischpult, äh, Taito Mousepad, ähm, Maus weiß ich gerade nicht. Äh, also Rocket Mousepad, Taito wollte ich sagen. Ähm, Logitech-Tastatur, großes Stream Deck. Irgendeine Art von Keyboard, auf dem oben ein Handy drin steht und liegt, äh, ausnahmsweise mal wieder eine, eine, ähm, äh, einen Camcorder als, äh, Webcam, darin, hinter irgendeine Art von LED-Light, I guess. GoPro ist auch noch links. Oder eine Osmo Pocket. Ne, Osmo, nicht Osmo Pocket, sondern Osmo. Logitech oben noch. Das sind auf jeden Fall mehrere Computer, würde ich sagen. Mhm, 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 mhm. Schön, viele, äh, Stromleisten, alles separiert, fein, 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 fein. Nächstes Bild. Rechner. Kabelkiste, äh, Rechner, äh, ziemlich aufgeräumt, alles an, an, äh, hier im Hintergrund an das Holzbrett angeschraubt, hier mit so Flachbändern. Ja, ja, ja. Kabelleisten, ja, schön. Cooler Mastercase, ja. Inside the Case. Äh. Guck mal hier, hier ist sogar, hier ist sogar, äh, ähm, extra, äh, extra USB, äh, Stecker, äh, Karte mit drin. Okay. Ja, okay, also, okay. Das sieht man echt selten, also ohne Scheiß. Da ist auch noch ein Reiser für die Grafikkarte. Äh. 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 Okay, wild. Also nicht negativ wild, sondern wild? Wild, wild, ja. Wild, wild. Da ist der zweite Computer. Also jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken, ganz ehrlich, jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken. So, ähm, der Gaming-PC hat ein Asus HN80M Plus Mainboard, äh, hat ein Intel Core i7, 4790K, sehr schöne CPU, schon ein bisschen ins Alter gekommen. Der Stream-PC hätte übrigens, ich glaube, ich weiß nicht, sehen wir gerade den Stream-PC? Nee, da ist ja ne, ne dicke Grafikkarte drin. Ja, das hier ist der Gaming-PC, du hast recht. Der hat ne Sotex 1080 Ti, der hat auch noch ein Ab-Hier-GPU-Brace, das ist das Ding hier, ne? Der, der hält sozusagen, ähm, sozusagen die GPU so ein bisschen auf Kurs, damit die nicht durchhängen kann, ja. Sieht man echt nicht oft. Krass. Ich bin gerade komplett, äh, paralysiert. Von was? Den, den, äh, den ursprünglichen RGB-Lüftern oben? Nee, einfach generell. Also, Ryzer, äh, der, der Halter, das Mainboard sieht aus wie aus dem, äh, 90er-Jahre-Ding ausgebaut und, äh, es funktioniert alles. Es wird, denke ich mal, viel so ein, so ein Selfage-Ding gewesen sein, glaube ich. Aber es ist ungewöhnlich, möchte ich sagen. Also, sehr ungewöhnlich, ja. Genau. Also, nicht, nein, nicht ungewöhnlich, halt in die Jahre gekommen, aber wenn's halt noch läuft, warum, warum auswechseln, weißt du? Ja, das ist richtig. Ja, das mit den Risern, ey, gut, dass du's gesagt hast. Stimmt, ne? Normalerweise, normalerweise würde man das hier direkt auf die, auf den ersten Slot halt irgendwie gehen, aber hier per Riserkabel einfach mal rübergelegt, so. Also, because, why, why not? Because I want it this way. Vielleicht hat das ja auch eine Bewandtnis, man weiß es nicht. Ähm, im Google Docs sind nochmal alle Bilder, hier ist sogar ein Schaltplan bei. Hier ist sogar ein, okay, okay. Sechs Displays, VGA, DVI, VGA, DVI, TV-Schlafzimmer. Okay, da bin ich raus, bin ich ganz ehrlich. Krass. Krass, bei Riserkabel, um an die, äh, PCI-Anschlüsse ranzukommen. Ja, ja, klar, klar, klar. Okay, Herr Dizzy. Also, erstmal schönes, schönes Setup. Schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber Respekt, find ich gut. Ja? Find ich gut. Gefällt mir. Hat jemand, hat jemand Lust gehabt? Da hat auf jeden Fall jemand Lust gehabt. Das war ganz schön. Sehr schön. Sehr schön, ja. Sehr schön. Ähm, ja, ich hab so ein paar kleine Inspirationchen für mich. Also, äh, das find ich ganz cool, dass man sich immer nochmal so links und rechts was abschauen kann. Ich weiß ja auch nicht alles. Ich will auch gar nicht, ich kann auch gar nicht alles wissen oder so. Aber ich find's cool, dass man sich immer nochmal so links und rechts ein bisschen was abgucken kann. Ich hab halt immer noch die Sache von dir im Kopf mit der, mit der, mit der Alu-Traverse, wo ich mir letztes Mal noch den Link rausgesucht hab. Ich hab mir das schon mal angeschaut auf der Webseite. Da kann man auf jeden Fall was bauen. Finde ich sehr, sehr krass. Äh, Fidl, ich möchte, ich will, ich will mich jetzt nicht festlegen, aber vielleicht mal ein Projekt für die Zukunft bei mir. Vielleicht mal da. Ja, ich war heute so kurz davor, meine Kameraposition zu ändern, da hab ich gedacht so, ah, und zwar, meine Kamera ist ja quasi über meinen Monitoren, ne? Und ich möchte doch lieber, dass sie mich nicht, dass sie nicht so von oben mich filmt, sondern halt mehr so gerade. Also, dass, 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 dass man, dass die Kamera ein bisschen, ein bisschen tiefer ist. Und dazu muss sie halt nur zwischen den Monitoren her, äh, ähm, schauen. Nur, ich hab heute, ehrlich gesagt, keine Zeit dafür. Darf ich dir einen Tipp geben? Ja, bitte. Ich würd's dir oben lassen. Weil oben, oben schmeichelt mehr. Ja, die Doppelkind-Thematik, ja, ja. Nee, nicht nur das. Du siehst von oben schlanker aus. Das hat man mir auch schon gesagt, dass, wenn ich in der Küche, äh, zu sehen bin, dass man dann doch der Meinung ist, so, oh, äh, ich dachte, Alex, heute wär ein bisschen... Schlanker? Ein bisschen weniger drauf, ne? Ja, würd ich auch so lassen. Würde ich niemals, also, würde ich niemals, äh, äh, ändern. Also, immer von oben. Also, immer so stören, bisschen, bisschen stören, bisschen höher. Ich bin da sehr experimentierfreudig. Ich hab dann so eine innere Unruhe. Das ist genauso wie dieses so, ach, am liebsten möchte ich meinen Computer wieder dahin bauen. Ich hab auch schon so einen total weirden Flex in meinem Kopf, der total dumm ist. Und zwar, äh, da vorne, wo der, also dieser Tisch, dass der hier im Raum steht, ne? Ja, du glaubst nicht, wie praktisch das ist, hier so einen Tisch im Raum stehen zu haben, was ich damit alles jetzt schon gemacht hab. Also, Essen, darauf Sachen einpacken, keine unvernünftigen Dinge natürlich, ja? Wie, 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 also ich hab gedacht, wie wär, wie cool wäre das, wenn ich so einen richtig fetten Fernseher da an der Wand hätte und da wäre dann halt ein zweiter PC dran, an dem man dann einfach privat ein bisschen spielt oder vielleicht mal mit einer Konsole. Ich hab schon so Ewigkeiten nicht mehr mit, mit Konsolen irgendwie gespielt. So, 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 so eine kleine Chill-Ecke hier bei mir. Ja, aber weißt du, was dann passiert? Ich spiele natürlich an meiner Kiste, weil, hey, ne? 30, 90 und alles. Aber das wär ein cooles, cooles Projekt. Man nimmt sich immer viel vor, äh, aber ob man das am Ende nutzt, das wär die andere Frage. Dann. Hattest du bei deinem Racing-Rick Bedenken, dass du eine Menge Arbeit, Energie und Geld reinsteckst und dann hast du nach zwei, drei Wochen keinen Bock mehr drauf? Nee. Du bist aber auch in das Racing-Ding so langsam reingewachsen, ne? Du hast im Prinzip eigentlich mit einem Lenkrad angefangen und dann ist das... Nee. Gewachsen? Nee. Also ich, nee. Du bist da voll reingesprungen, ja? Ich bin, also ganz ehrlich, ich bin hier komplett reingedeifend. Also ich hab jetzt zu viel Geld ausgegeben, das letzte Jahr dafür. Also so viele Sachen, wie ich mich schon gekauft habe, haben andere Leute sich nicht in mehreren Jahren gekauft. Natürlich nicht, ganz klar. Das ist ja auch, das ist ja auch, ähm, verständlich, wenn, wenn dann, wenn dann jemand, äh, reinkommt und dann so sieht, so, du hast wie viel Geld für dein Racing-Rick ausgegeben und das ist nur dein Secondary Gaming-PC? Ne, natürlich ist das, äh... Naja, gut, der Secondary Gaming-PC ist halt aber auch genauso gut wie der erste Gaming-PC. Obwohl, nee. Es unterscheidet sich um ne 50. 5950 im Gaming und neuntausend, neuntausend neunhundert in Racing. Mhm. Merkst du da zwischen den beiden einen Unterschied bei verschiedenen Spielen, oder? Ganz klar, natürlich. Natürlich nicht. Ich wollte grad sagen, also zwischen dem 5900 und dem 5950X wird bei Gaming, beim Spielen wahrscheinlich, außer bei diesen ein, zwei Spielen, die genau diese Merkern-Prozessor-Sachen unterstützen, wird das wahrscheinlich gar keinen Unterschied machen. Also natürlich messbar, aber spürbar nicht, ne? Klar. Wobei, ich glaub, beim Racen wär das schon ziemlich geil. Ich glaub, beim Racen wär das schon ziemlich fett, mehr, mehr Leistung zu haben. Ich würde, also ich bin jetzt grad echt gewillt, das mal auszuprobieren. Hm. A little inspiration was said. Ja, also vielleicht kommt noch ein zweiter 5950X oder so in Streaming-PC und dann kommt der 5900 in den Stream. Mal gucken, keine Ahnung. Mhm. Ja, ich kann dir nur folgen. Hey Alex, das ist halt einfach, äh, man muss schon, wenn man denn richtig. Der Weg ist das Ziel, ne? Immer volle Lottereien. Volle Lottereien. Ich hab auch gehört, so eine 6900 XT wird der auch noch ganz gut reinpassen. Wenn du dran kommst. Wenn ich dran komme, ja. Wobei, also gefühlt von dem, was mir jetzt, ähm, halt auch, äh, AMD-Enthusiasten, die ich ja auch bei mir im Chat habe, wir sind ja kein reiner Nvidia-Chat, ähm, also ich hab so den Eindruck gehabt, dass, dass AMD über ihre Website ja auch regelmäßig, ähm, Stuff droppt, also Grafikkarten halt verkauft, direkt über der AMD.com, äh, über den Shop. Und, äh, dass es da in Anführungszeichen einfacher ist, an der Karte dran zu kommen, wenn man die ungefähr in Zeiten kennt. Oder was vermutet, dass man da beim Refreshen mit einem eigenen Skript oder so, ähm, bessere Möglichkeiten hat, als, äh, über die üblichen Wege, ähm, Reseller-mäßig da dran zu kommen. Plus natürlich auch dann die Herstellerpreise. Naja, nicht irgendwie so, ja, die 3080 kann ich nicht verkaufen hier, ne, die neue Asus, die kostet ja nur 2000 Euro. Ja. Uninteressant. Ja. Kaffee-Karten. Sollen wir nächstes Mal über Software sprechen? Software? Mhm. Das ist mir gerade so in den Kopf geschossen. Wo du gerade so über die CPUs geredet hast und wir haben gerade kurz einmal so die verschiedenen, hat das eigentlich eine, also bei Software gibt's keine Grenzen. Alles, Software kann ja, kann ja alles sein, was auf allen Systemen läuft. Ob das ein Raspberry ist oder auf dem PC, Linux, in deinem Fall Hackintosh, egal. Ja, können wir machen. Cool, gute Idee. Ja, gerne. Gefällt mir. Doch, ja, das machen wir. Das machen wir, das klingt gut. Cool. Kannst du mal deinem Grafiker Bescheid sagen, er möchte so einen Banner fertig machen, so mit Thema Software? Ja, warte, ich mach das sofort, damit ich das nicht vergesse. Hey. Hey, Moinsen. Kannst du bitte für den nächsten Hardcast-Thema Software, das wird aber Hard als mein Titel, die Grafiken fertig machen. Ich find's schön, dass wir das mittlerweile in diesen, äh, in diesen Cast mit aufnehmen. Find ich gut. Ja. Ich hab noch was aus dem Chat eben fürs Ende, mal eben ganz kurz, aber dann müssen wir nämlich Schluss machen. Ja. 3.700x, 5.900x, gut zum Gamen. Ähm, man findet auch YouTube sehr, sehr viele Vergleichsvideos von, von so etablierten Hardware-Channeln, die genau solche Sachen testen. Und der Sprung von dem, von dem, von 3.000 irgendwas zu 5.000 irgendwas ist bei manchen Spielen, und das ist wie immer so eine Sache, was man halt machen will damit, bei manchen Spielen gar nicht so riesengroß und bei anderen Spielen dann doch wieder sehr gewaltig. Gerade von 3.700 auf 5.900. Also es kann sein, dass man sich erhofft, so von wegen, ja, ich hab den dicksten, neuesten, den 5.900, und ja, ich weiß, es gibt noch den 5.950x, so, ne. Und dann ist der Sprung, den man macht, aber echt nicht besonders groß, weil das Spiel vielleicht gar keinen Wert auf viele Kerne legt, sondern mehr Wert auf eine höhere Single-Core-Taktleistung. So, und dann machst du vielleicht keinen großen Hüpfer, so, aber andersrum gesagt, es kann halt auch Spiele geben, ich sag jetzt mal sowas wie Battlefield, das mit mehrkernen Auslastung offensichtlich deutlich besser klarkommt, dass der Sprung auf einmal deutlich größer so ist, ne. Depends. Leider muss man immer noch, äh, im Gaming nach Single-Core-Leistung gucken. Das ist immer noch ganz A und O. Einfach die größte CPU kaufen, egal welcher Hersteller. Das ist die richtige Einstellung. Boah. Und daran würde ich nicht rütteln. Bang for a buck wurde von Linus Tech Tips eingeführt für Geringverdiener. Und das ist das Meme. So. Immer die größte Schnitterin. Das ist mir so unangenehm. Was denn? Das ist ein Meme. Ja, natürlich ist das ein Meme. Aber du hast doch in einem Chat, in dem ein paar hundert Leute sind, hast du immer diese gewisse Prozentsatz an Leuten, die sagen so, boah, das meint er nicht ernst. Was für ein Wichser. Ist kein Problem. Die kommen zwei Wochen später wieder zu mir und erfreuen sich daran, was ich für ein sympathischer Mensch bin. Nachdem sie deren Witz verstanden haben. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. So, Freunde, jetzt sollen wir 5950X oder kein Zuschauer mehr. Was? Alex, worauf sagst du sowas jetzt hier? Wow, danke. Ja, es war mal wieder schneller zu Ende als ich dachte. Ja. So in der Richtung. Nächste Woche sprechen wir über Hardware. Heute haben wir uns mal wieder Setups angeschaut. Vielen Dank fürs Posten an der Stelle. Vielen Dank. Nächste Woche reden wir über Software. Was habe ich gerade gesagt? Hardware. Nächste Woche reden wir natürlich über Software. Ja. Natürlich. Vielen Dank aber trotzdem nochmal fürs Posten eurer Setups. Sowas in der Richtung machen wir später nochmal. Vielleicht auch mit etwas gezielteren Sachen wie DIY oder so. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten. Gerade, ohne Scheiß, das unterschätzt man, wie viel Inspiration man sich aus der Idee von jemand anderem so nehmen kann. Weißt du? Also nicht Ideen klauen, sondern so, ah, guck mal, der hat das so gelöst. Ja, das ist ja geil. Ich habe ja einen 3D-Drucker, dann könnte ich das ja so und so machen. Ey, ich sehe uns aber auch einfach schon auf DIY-Videos irgendwann reagieren. Gemeinsam. Ja. Und rumphilosophieren. Da sehe ich uns auch schon. Das wäre, oh, da könnten wir mal so ein Ja. Ja, bitte, machen wir. Ich glaube, das ist auch so ein Segment, das könnte man einführen. Wir können das ja mal ausprobieren nächste Woche. So, dass wir am Ende mal ein Video nehmen, das nicht zu lang ist. Das Problem ist, Alex, da reicht ein Video für zwei Stunden, wenn wir anfangen zu quatschen dann wieder. Das könnte sein, ja. Ja, ich glaube, wir sollten uns doch mal eine Folge zeigen. Oder wir fangen damit an und sprechen dann später noch so ein bisschen weiter. Ich könnte jetzt auch noch viel weiter quatschen. Aber wir haben uns ja eigentlich dieses Limit gesetzt auf zwei Stunden und ich möchte dich nicht wie letzte Woche so abwürgen. Also, sind wir durch? Ja. Cool. Willst du das Schlusswort führen heute? Habe ich das nicht letzte Woche schon? Nee. Dann verabschiede dich immer. Meine Damen und Herren, Dankeschön fürs Einschalten, Reinhören bei YouTube. Schöne Grüße. Toppy Galoppy. Vielen Dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben und auch den, ja wie soll ich sagen, Selbstbewusstsein hatten, ihre Setups zu posten. Dass wir darüber halt dumme Scheiße erzählen können und über euer Kabelmanagement herziehen. Oder was für blöde Hardware ihr da benutzt. Oder 4 zu 3 Bildschirme. Ich freue mich da wirklich sehr immer drüber, das mal zu sehen. Das gibt ja auch Inspiration. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Restmittwoch oder wann auch immer ihr das in der Konservendose guckt. Habt einen schönen Tag und Dankeschön. Alex, es war mir wie immer eine Freude mit dir, zwei Stunden Zeit zu überbringen in der Woche. Es ist einfach geil. Tschüss. Hipp und raus. Tschüss Nils. Alles, was der Herr gesagt hat, an die Dachgeschossbewohner, die gerade vielleicht ein bisschen wärmer haben. Es dauert noch ein bisschen, aber dann wird es wieder besser. Es wird immer besser. Und an alle anderen, ja. Das war es für diese Woche mal wieder. Hardcast, weil immer wieder Leute reinkommen in den Chat und nachfragen. Ist ein Format, das Herr Dizzy und Herr Alex einmal die Woche machen. Am Mittwoch abends um 18 Uhr. Es soll immer zwei Stunden gehen. Es geht im weitesten Sinne um alles, was in dem Thema Streaming, mittlerweile aber auch um Hardware, DIY und allen möglichen anderen Krimskampfs geht. Ich meine, wie viel haben wir schon über der 3D-Drucker geredet, obwohl wir keinen 3D-Drucker besitzen? Gering für mich viel. Ja. Und das macht erstaunlich viel Spaß, sich so ein bisschen auszufilosophieren und auf Gleichgesinnte zu treffen. Also vielen Dank für euer Interesse und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss und reingehauen. Tschüss und reingehauen.